So Leute, willkommen jetzt, ich glaube ich bin jetzt live, ne? Ich probiere heute mal das neue YouTube-Dashbot aus. Willkommen hier zum Stream, Leute. Und dort muss man auf OBS starten und dann muss man auf YouTube starten. Und dann kriegst du eine Stream-Vorschau. Und dann siehst du, und dann musst du nochmal klicken, dass du jetzt wirklich beginnen möchtest. Und ich glaube, ich weiß nicht, wo der Stream jetzt bei einer Begrüßung beginnt. Deswegen sei einfach mal Hi, Leute. Willkommen hier zum neuen Mario Maker 2 Stream. Link ist in der Beschreibung, sollte das zumindest sein, Leute. Willkommen hier zum neuen... Ich glaube, der Chat, äh, der Chat, der Link, ja, der ist in der Beschreibung. Müsste vielleicht einmal kurz neu laden, dann müsste der auf jeden Fall drin sein. So, moin hier an alle, die hier so am Start sind. Die Switch Lite kostet etwa, also umgerechnet 170 Euro. Oh ja, da kommen ja noch Steuern drauf und so. Also sind wir da ungefähr bei, ich sag mal, 200 Euro, ne? Moin sind auf Fische, Narios, Noll, Lolwin, Nintenzu, Ehren, Diamant, HD, Dishan, Shadow, Kirito, Ehren, Hamburgo ist am Start, moin, Bernstein TV, Alex, Freund, Luigi Boy, moin. Hey, Pius, Meinung zum neuesten Thema. Ja, Switch Lite, ne? Es kam wieder ganz überraschend heute, damit habe ich heute echt nicht gerechnet, dass sie heute eine Switch Lite ankündigen. Immer mal wieder was Neues, ne? Hey, der gebannte Typ ist auch da. Warum gebannte Typ? Sag, wann bist du gebannt, Spirate? Das ist ja ganz was Neues. Was ist denn da los? Da steht, du kannst dein Level im... Ja, okay, ich muss das mal aktivieren. Stimmt. Ja, passt. So, jetzt ist der... Jetzt ist es aktiviert, Leute. Jetzt könnt ihr in die Beschreibung gehen und dort euer heutiges Level einschicken, was ich heute spielen soll. X-Kronos, moin, ist der alte Link? Ja, ist auch der alte Link. Ich mache ja nicht für jeden Stream neues Formular. Ihr könnt ja immer wieder neu einsenden. Ja. Ist das noch das alte? Ja, ist es, aber ihr müsst neu einsenden, weil ich... Ich rufe heute nicht 200 Namen nochmal neu auf. Achso, auf Discord. Ja, gut, das kann sein, ne? Wann kann die Switch... Wann, was? Wann kann die Switch? Du meinst wahrscheinlich, wann kommt die Switch? Ähm, die kommt, glaube ich, 20.09. oder so. Ja. So, haben wir denn schon Einsendung? Heute ist ja nicht so viel los, zumindest aktuell nicht. Seid ihr noch alle in der Schule, oder? Oder hat YouTube die Abo-Box wieder nicht hingekriegt? Aber er ist ja nie hier. Aber Mario Maker stürmt ja sonst immer der Chat am Explieren. Das ist heute noch nicht so der Fall. Aber dann kommen wir jetzt mit Eleven hier ein bisschen schöner durch. So, die Einsendungen kommen hier schon rein, Leute. Die flattern hier schon rein. Moin, John, grüß dich. Was kann, was kann die Switch Lite? Achso, jetzt habe ich es richtig verstanden, ne? Äh, die kann im Grunde eigentlich... War nix. Die kann halt den Handheld-Modus, ne? Es hat einfach... Ja. Eigentlich eine schlechtere Version eigentlich nur. Es ist einfach nur für den Handheld-Modus. Und sieht noch ein bisschen billiger bearbeitet. Fahrarbeitet auch, nicht bearbeitet. Und... Ja, die kommt halt 20.09. raus, die Switch Lite. Mit der kann man sehr viel Spaß haben. Wir fangen an mit dem Level von Spear. Der hat ja als erstes eingesendet. T-S-L-B-P-G. So, wunderbar. Schwierigkeit, Mitte, alles klar. Los geht's hier. So. Ähm, so, eingesendet. Nice. Iparim, Moin, Privataccount, warum auch immer. Okay. So, was... Ähm, Schwierigkeit hab ich eben gesagt. Mitte. Okay, erstmal kurz abhaken, dass ich jetzt dein Level spiele. Ja, Leute, einsenden könnt ihr euer Level in der Beschreibung. Ihr müsst aber auch im Stream online sein. Beziehungsweise da sein, sonst wird das nix. Ich hab ja nun Urlaub. Dank dem kann ich mir Zeit für deinen Stream nehmen. Nice. Läuft bei dir. Macht aber Sinn für Nintendo. Klar, klar. Pokémon kommt da dieses Jahr raus. Da kann man das am TFA machen. Darkie, Moin. Wenn man sein Level eingegeben hat, ne, dann zurückgeht. Zählt das dann? Inwiefern es zurückgeht. Du musst das schon absenden. Da steht irgendwas mit absenden oder sowas. Und dann steht da erfolgreich abgesendet oder so. Keine Ahnung. Also zurückgehen. Du musst das Level schon richtig rein machen. Alle wollen eine Switch Pro. Es kommt eine Switch Lite. Ja, die ist aber auch wichtig, Bernstein. Die ist auch wichtig. Für Pokémon-Kiddies. Die ganzen Kiddies. Die, 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 die Fünfjährigen und so. Gamer Toad. Zum Beispiel wie Gamer Toad. Die freuen sich über so eine Switch Lite. Dann könnt ihr ihre Mutter nämlich endlich eine Switch kaufen. Ich kenne nämlich einige sagen, ja, ich hätte gerne eine Switch. Aber die ist zu teuer und so. Hier ist eine bessere Alternative. Guck mal, Leute. Das ist hier die Switch Lite. Der grüne Yoshi. Und ich wechsle jetzt zur normalen Switch. Oder auch nicht. Es ist ein harter Kampf. Ey, Gamer Toad. Moin. Ja, Leute. So läuft das hier. Jetzt haben wir unseren Feuer-Yoshi. Der ist ganz geil. Warum auch immer der da ist. Ja, das war's. Guck mal. Jetzt ist meine normale Switch kaputt gegangen. Jetzt muss ich mir wieder dieses Lite rausholen aus meinem Keller. Und da ist er jetzt. Die Lite. Die Lite wäre so einen guten Tag. Vielleicht hält die ja länger durch. Mal gucken. Der eine Yoshi hat sich schon verabschiedet von uns. Das traurige... Oh, Gott. Nicht in den Chat gucken. Ist nicht gut. Aber jetzt gucke ich mal kurz hier rein. Ich werde mein altes Konto bald löschen. Deswegen habe ich jetzt zwei neue erstellt. Eins für Videos und eins fürs Anschauen von Videos und Streams. Alles klar. Das gibt ne... Oh, Junge. Du bist ein österreichischen Begriff hier, ey. IPUs. Na gut, erholt. Äh, von was erholt? Vom Internet? Oder vom... Oder vom... Was? Geburtstag? Der war entspannt. Da machen wir gar keinen Stress. Ja, moin. Ja, was ist das denn? Was ist das denn für ne komische Junge? Okay. Alter. Tschüss. Das war grad ein bisschen überraschend, die ganze... Der ganze Kram. Aber immerhin gibt's in jeder Ecke Yoshis. Das ist schon mal ganz geil. Äh. Äh. Nein. Oh Mann, was ist das denn? Das war's komplett. Ja, Mann. War ein versteckter Yoshi. Wie heißt das Level überhaupt? Yoshi Swamp. Ah, ja. Ah, ja. Die Yoshis. Wie Blux zu sagen würde, die Yoshis. So, wir gehen mal da hoch. Wir gönnen uns einen anderen Yoshi. Ich finde den Yoshi hier geiler. Ja, da hätte ich jetzt einfach mal die Pflanzen eben killen sollen. Ich weiß, ich weiß. Ich dachte, ich kann da ein bisschen entspannter durch. Ja, moin. Ja, moin. Ja, moin. Bäh. Alles nie so leicht hier. Okay. So. Jetzt müssen wir hier aufpassen, weil dieser Manchard... Was ist das denn? Der Manchard aus irgendeinem Grund kommt. Und auch... Hä? Manchmal kommt der zweimal? Okay, ich verstehe den nicht so ganz, aber okay. Passt schon. So, jetzt müssen wir die Viecher da mal besiegen. So, komm mal ran hier. Ich gönne mal Feuer. Skellig. Ja, und wo jetzt hin? Aha. Ich geh mal da hoch. Vielleicht ist da ja irgendwas. Ah, ein roter Yoshi. Wow. Was geht jetzt hier ab? Was ist denn hier los? Was? Wo ist denn hier bitte ein Bum-Bum? Kannst du mich verarschen? Ach, da wahrscheinlich, ne? Ah, ja, ja. Moin, nice, Banana. Grüß dich. Hallo, Yasin. Moin an dich hier. Was geht, Leute? Ja, was geht bei euch? Ich hab hier immer noch ganz entspannt Ferien. Man muss sich für Mario Maker 2 online kaufen. Ja, muss man. Macht auch Sinn. Wow. Den sehe ich ja jetzt erst da oben. Bruder muss los. What? Warum ist jetzt mein Yoshi weg? Ja, so kann man es auch nicht schaffen. Shatpoint gab es auch nicht. Aber ich hab da keinen Bock drauf. Das dauert mir zu lang hier. Mann. Ich mag so Sumpflevel nicht. Weiß ich nicht. Das sind immer so belastend. Ich find das immer sehr belastend, Leute. Ich find das sehr... Immer diese blöden Herausforderungen. Gib doch einfach einen Schlüssel. Und mach einen Checkpoint. Und alles ist gut. Ja, guck mal. Diesen Bum-Bum besiegen macht absolut... Level-Susanne-Technik macht keinen Sinn. Mach doch einfach den letzten Raum mit einem Bum-Bum. Und der kriegt einen Schlüssel. Und wenn du den Schlüssel nicht hast, kommst du nicht ins Ziel. Warum so dumme Herausforderungen? Das verstehe ich bis heute nicht. Das verstehe ich nicht. So. Gib mir U4. So, wir machen weiter hier mit dem Level von Loll-Win. Bist du da? Wenn ja, einmal kurz melden. Super. Mario-Burst. Sehr schwer. Loll-Win oder Shadow-Kirito. Einer von euch beiden. Einer von euch beiden da ist. Dann einmal kurz im Chat melden. Gremando, moin auch an dich hier. Und SpikeX2, auch hallo an dich. Wie geht's? Hi, Pius. Kennst du mich noch? Ja, kenn ich. Moin, Diamant HD. Grüßt euch. So. Ja, du bist da. Nice. Pius, er. Immer diese Österreicher. Ich bin selber einer. Ich weiß, ich weiß. Okay, der Loll-Win ist am Start hier. Dann spielen wir sein Level. Super Mario-Boss. Sehr schwer. Das kann ja nur schön werden, ne? Sehr schwer. Ja, hallo, Julia, ey. Boah, wie gibt mir eigentlich das immer an? Macht ihr das laut Gefühl oder macht ihr das nach Abschlussrate? Also, ich mach's meistens nach Gefühl, weil sonst wär bei mir jedes Level irgendwie sehr schwer. Obwohl es das eigentlich gar nicht ist. Betrete die Hölle. Ich dachte eben, Höhle, aber nee. Hölle. Und besiege den Teufel, um deine Welt zu retten. Ah, ja. Okay. Jo, bin da. Alles klar. Bis als nächstes dran. Deluxe-Offs. Grüß dich. Ist fair mit Checkpoints. Das klingt schon mal ganz gut. Checkpoints ist eine gute Alternative. Gefällt mir. Wow. Okay. Muss ich da rauf? Ja. Nee. Ähm. Bruder? Ist das so gewollt? Muss ich denn jetzt... Ja, ich dachte, jetzt kommt der ist ein normaler Pilz. Äh. Der Beginn ist schon ein bisschen merkwürdig. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ich glaube, ja, ey. Ich habe irgendwas falsch gemacht. Die kann ja so nicht wahr sein. Muss ich mit der Bombe irgendwas machen? Hab auch ein Level geschickt. Hab geändert, wie du gesagt hast. Alles klar. Ja. Einsenden könnt ihr euer Level in der Beschreibung. Nee, alles richtig. Aber was soll ich jetzt machen? Rollstuhl Racer grüßt dich. Äh. Und jetzt? Äh. Da komme ich eigentlich durch. Da oben durch. Das ist ein bisschen lebensmüde. Und hier ist nur ein scheiß One-Up. Das freu ich nicht. Wieso ist ganz links unten eine Geburtstag? Ah, ist die? Als ob die da noch ist, ey. Ach, die Scheiße. Boah, Geburtstag ist ein bisschen zu Ende. Wollen wir die mal weg hier? Wo sind die? Da. Los. Kilian, willst du mich verarschen? Ja, moin. Da hast du nicht mal was geschrieben, ey. Wie emotionslos bist du denn heute? Danke, Kilian. Ey, hashtag Ehrenthorn, Leute. Sag mal, Kilian. Du schreibst nicht mal high oder so. Kommst gleich mit 20er hier an. Ja, grüß dich, ey. Ja, moin, ey. Ja, grüß dich, ey. Geht eigentlich gut los hier wieder, ey. So kann man auf jeden Fall ins Wien beginnen hier. Ist ja ganz random heute hier. Ja, was soll ich jetzt hier machen, ey? Da komme ich ja lebend nicht durch. Da oben auch nicht. Nö. Hä? Wo ist denn der Leverbohr, bitte? Bruder, ich verstehe das hier nicht. Ist das hier wohl ein Pilz? Ja, komm, ich lebend nicht durch. Man hat es vergessen. Ja, war klar. Kannst du nicht einfach drüber rennen. Ehrenthorn, ja, aber geht gleich gut los hier. Ich versuche jetzt mal, die Bombe da irgendwie zu betätigen. Nö. Nö. Du musst gegen den Block über den Stachel springen. Du musst über den Block über den Stacheln. Da soll ich rüber springen? Willst du mich verarschen? Hä? Da soll ich rüber? Lustig. Ganz, ganz lustig. Wofür ist das hier unten gedacht? Du musst gegen den Block über den Stachel springen. Bin hier oben, Alter. Da bringen wir auch nichts. Hä? Hitbox of Doom. Ja. Nein, da, wo es freigesprengt wird. What? Hä? Ich möchte das Level nicht. Och Gott, ey. Kira muss nicht arbeiten, der... Die Arbeit muss für Kira arbeiten. Genau. Ai, 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 ai. Äh, äh. Ist das ein neues Formular? Nee, das ist das selber. Du kannst ein neues Level einreichen. Hab doch Hallo geschrieben. Ah, Kira, dann hi. Hab ich wohl ganz überlesen. Fertig? Yeah. Ja, Mann. Ist leichter, als es aussieht. Ich verstehe das nicht. Wenn das hier für dich fair ist, dann wollte ich auch nicht. Normaler Spieler wird doch hier niemals drauf kommen, was er hier machen soll. Ich verstehe es ja selber nicht. Hier oben ist ja nichts. Hä? Wofür ist die Bombe da? Kann da unten rein. Ja, aber... Hä? 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 Ich habe absolut keine Ahnung, Bruder. Lol, lol. Alter, als ob ich da so durchkomme. Oh, sowas ist aber eklig. Jetzt geht es aber los hier, Leute. Hallo. Ey. Manchmal kann ich heulen gehen. Ha! Ist gelick. Gelick. Bananaspalter, grüß dich. Du kommst hier im Stram. Wie geht es? Okay. So, wir haben es ja eben gesehen. Oh, da kommt noch das Drecksfeuer da. Hallo, und wie lautet eure Meinung zur Switch Lite? Also, ich finde sie... Hä? Man kann da eigentlich keine schlechte Meinung zu haben, ne? Ist... Na gut, ich hoffe... Ach Gott. Ich hoffe, da ist eine bessere WLAN-Antenne drin, weil die in der normalen Switch ist Dreck. Muss man einfach mal so ganz offen und ehrlich hier sagen. Die ist Dreck. Ich habe hier... Oh, 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 oh. So großzügig heute. Zwei Striche. Mit meinem Handy habe ich hier drei Striche. Und 50.000... Oder 50 MB. Oder 50 MB. Bei Switch habe ich hier... Boah. Boah. 8 MB. Wenn es gut kommt. Verarschen kann ich mich auch alleine. Diese Antenne ist Dreck. Und ich hoffe, dass... In der neuen Version, gerade weil sie nur Handheld hat, du da dementsprechend auch keinen LAN-Anschluss anschließen kannst. Ist ja klar. Ach Gott, nee. Ich habe da ehrlich gesagt überhaupt keinen Bock drauf. Was ist das denn? Mein Lieber, baut doch schöne normale Drop-in-One-Level. Ich mag keine dünnen Sprünge. Das geht gar nicht. Mein Lieber, du. Nächstes Mal. Ne? Krasses Level. Was hast du denn sonst so? Was hast du denn sonst so? Gucken wir uns mal an hier. Er hat nur das. Ja, moin. Hab ein normales Level eingereicht. So läuft das hier. Stolz Türke, grüß dich. Willkommen hier im Stream. Was kann die Switch Lite überhaupt? Ja, die kann halt im Handheld spielen, ne? Und Jeremy, 2.0 auch moin hier an dich. Gibt es da keinen Dock oder was? Ne, ne. Du kannst halt nur im Handheld-Modus spielen. Das ist die Switch Lite. Kommt für 200 Euro in den Laden. Du kannst halt wirklich nur Handheld-Modus spielen. Ist ja auch der Sinn daran, ne? Und die Joy-Cons. Joy-Con. Nicht Mehrzahl, bitte. Die kannst du auch nicht abnehmen. Shadow, bist du noch da? Ich denke mal schon, ne? Shadow, bist du noch da? Wenn ja, einmal kurz zum Chat hier melden. Also, wenn du willst, eine gute Internetverbindung haben willst, dann bist du bei Sony und Microsoft besser aufgehoben als wir bei Nintendo. Denn Nintendo kann online nicht. Ja, es geht ja schon alleine mit der Antenne los. Hamburger. Wir reden ja nicht gerade vom Online-Modus, sondern nur von der Antenne. Die Switch-Antenne ist nicht gut. Die hat sich zwar mit der Zeit verbessert. Am Anfang war die richtig grauenhaft. Am Anfang konnte ich meine Switch hier in meinem Zimmer nicht mal benutzen. Weil die gar keine Verbindung hatte. Ich hab mich richtig verarscht gefühlt, ne? Nebenan mein altes AG-Handy. Wunderbare Verbindung. Die Switch am Anfang hier am 3.3.2017. Nicht mal einen Strich hatte die da. Einen Balken. Also, das waren ganz schlimme Zustände. Das haben sie mit den Updates immer noch verbessert. Das ging am Anfang gar nicht. Da hoffe ich... Die Switch-Lite eine bessere Antenne wäre schon ganz gut. Weil dann haben auch alle, die mit der Switch-Lite spielen, automatisch eine bessere Verbindung. Weil wenn ihre Leitung scheiße ist und dann noch die Switch mit der tollen Antenne, dann ist die Leitung dann nochmal schlechter. Wisst ihr? Also, vielleicht ist von einigen die Leitung ja gar nicht mal so grauenhaft. Wäre die Antenne einfach mal besser. Die Switch-Lite ist halt eine billiger, leichtere Version, die aber nur im Handheld-Modus verwendbar ist. Und auch nur Handheld-Guide-Modus-Spiele spielen und Joy-Cons kann man nicht trennen. Genau, das hat dein Mobile-Gamer wunderbar zusammengefasst. Nice-Banana, auch grüß dich. So, Shadow ist da, wunderbar. So. Er hat ein mittlerer Schwierigkeiten. Super Mario Bros. Und jo. J. Acht. P. 75D. Ah, ja. So. Und SP. Der Code ist falsch, mein Lieber. Da müsste SPD stehen, nicht SPG. Das geht so nicht. Das ist so nicht korrekt hier. So. Ein kleines und schnelles Level. Ah, ja. Ich hab Download von 17,9 Mbits. Ähm, bei der Switch jetzt oder wo? Bei mir ging's auch nicht. Okay. Also, ich hoffe mal, Pokémon Luigi's Mansion 3 bei F2B2 kommt. Also, hoffentlich für die Nomad. Ja, klar, klar. Bruder. Die bringen doch... Nein. Es werden keine exklusiven Handheld-Spiele kommen. Ich bilde dich. Und selbst wenn, dann kannst du sie auf deiner normalen Switch hier immer noch spielen. Das ist ein komplett falscher Gedanke. Das ist kein Nintendo, New Nintendo, irgendwas DS. Ach Gott. Ja, wofür gibst du mir eigentlich einen Pilz? Wenn ich hier kleiner Bedienter bin. Deswegen mach einfach mal... LOL. So hab ich das gar nicht geplant gehabt. Ich wollte eigentlich auf den Stachel gehen, um halt mich klein wieder zu machen, ne? LOL. Das lief aber besser als gedacht, ey. Ja, alle, Julia. So, ähm... Tschüss. Tschüss. Ui. Wo sind wir jetzt hier gelandet, ey? Schöne Musik auf jeden Fall. Jetzt haben wir hier, ähm... In Toads Bude gelandet. In den Bowser's... Bude. Wo er immer mit Peach Spaß hat. Diese Drecksröhren, ne? Ohne Witz. Diese Hitbox von diesen Röhren in diesem Spiel. Sind sowas von zum Heulen. Ist unfassbar. Habe ich vor allem in 3D World, ne? Vor allem in 3D World, ne? Ist das derartig furchtbar. Es ist ja nicht mehr feuerbar. Okay. Also gerade im 3D World-Style sind diese Röhren der letzte Müll. Unfassbar. Könnt ihr euch bei einem Video von Big Bang Bowser angucken. Der hat mal Level gespielt. Dieses, ähm... Ja, moin. The Bully Money Castle. Ne? Und da hat man es wunderbar gesehen, wie schlecht diese Röhren einfach sind. Okay. Was ist denn das? Das ist absoluter Betrug. Absoluter Betrug. Oh, Mann, ey. Was ist denn das? Wie geht's? Hi, auf jeden Fall. Moin. Die Switch Lite ist nur eine schlechtere Switch. Ja, genau. Ja, genau. Genau das ist es. Leute, das ist doch wirklich Betrug, ne? Das kann jetzt keiner abstreiten. Könnt ihr gerne da hinschreiben. Das war jetzt Betrug. Ja. Der erste Schreibschirm war, der John. Das war eindeutiger Betrug. Ich bin da eindeutig hingesprungen. Und es funktioniert nicht. Oh, Mann, ey. Manu. Heute läuft das Skill wieder richtig gut. Skill-technisch läuft es heute richtig gut. Pius, ignorierst du mich heute, weil du liest keinen? Nein, ich ignoriere keinen. Aber ich spiel, ne? Nick Games High erstmal. Kannst du dir durchlesen? Ja, ich score jetzt nicht hoch und komme hier nicht voran, mein Lieber. FIFA, High an dich. Betrug, ja eben. Röhren sind immer Betrug. Ja, ich drück da hin, ne? Wie geht es dir so? Mir geht es gut. Und dir? Ali the King, moin. Und die Dev-Sir. Auch moin an dich. Und Philipp, deine IDs bitte in der... Oh Gott. Deine IDs bitte in der... Bitte in der Beschreibung einsenden. Dort ist der Link zum Google-Formular. Und dort kannst du dein Level einschicken. Im Chat bringen sie mir nicht so viel. Da würde dann jeder nur seine ID reinschreiben. Und dann ist der Chat unterhaltungstechnischer am Tiefpunkt. Wenn der ja nur seine IDs reinschreibt. So, jetzt bitte. Mach mal kein Scheißes, ne? Hallo? Was ist denn das? Ist diese Röhre rausge... Ist die... Kann man da überhaupt reingehen? Ich zweifle hier langsam an meinem Spiel. Ich dezelliere das gleich. Was ist denn das? Ich komm da nicht rein. Also, manchmal ist der Betrug halt wirklich sowas von vorhanden. Röhrenverengung. Ja, ich weiß nicht, was da los ist. Ich höre doch hier auf, ey. Also, manchmal denke ich mir auch so. Ui. Dann mach ich nochmal diese schöne Musik hier. Die Date-Musik. So, jetzt reicht's mir, ne? Hallo? Nö. Nö. So, wer will mich halt nicht verarschen, heute? Ey, das kann nicht verarschen, ey. Ich drück das so mittig wie möglich da rein. Und ich komm da nicht rein, ey. Ja, mo... Heute bin ich hier nur verarscht, ne? Das ist so unfassbar. Ich geb dem Ganzen jetzt mal einen Versuch, ne? Wenn ich da immer noch nicht reinkomme, dann war's das hier wieder. Will ich ja da? Will ich ja was auch... Ja, du hast grad verpasst, wie ich hier verarscht werde. Ich komm da nicht mehr rein. Ich komm da nicht mehr rein. Wir hatten das hier eingesendet. Kirito, bist du noch da, ja, ne? Wo bist denn du? Ah, da. Echt komisch. Die mag dich nicht. Ich glaub das, ich glaub das auch, ey. Was ist denn da... Vielleicht muss ich da mal mit, äh... Toilette rein. Vielleicht gefällt's dir oberen besser. Wenn ich da mit Toilette reingehe. So, jetzt reicht's mir, ne? Du gehst da jetzt rein, Toadie. Wehe, wenn nicht. Er geht da jetzt rein. Hä? Nö. Nö. Galaxy 2.0, grüß dich. Einmal noch. Okay, Leute, einmal noch. Ich will das... Ich will das nicht auf mir sitzen lassen. Aber das ist denn auch... Hast du das bei deinem Testen gewesen? Ist das da nicht aufgetreten? Weil... Dann ist die Schwierigkeit ja nicht, da rein zu kommen. Sondern... Es geht einfach nicht. Ich komm da einfach nicht rein. Ich kann machen, was ich will. Ich komm davon mit sich rein. Ich komm davon an der Seite. Ist mir jetzt egal. Hier gibt's eh ne Blume. Ja, was ein Schrei. Ich fühl mich verarscht. Das geht nicht. Jetzt gehst du da rein. Halleluja! Halleluja. Junge. Gut, dass hier ein Checkpoint ist. Mach ich die nochmal. Ach du Scheiße. Kannst du mir die ID geben? Die kann ich dir... Die zeige ich. Siehst du gleich. Auf YouTube bist du gerade das Einzige, worauf ich Bock habe. Nice. Das freut mich. Und ich fühl mich verarscht hier. So. Wir haben jetzt zwei Wege. Ich geh mal nach links. Okay, da ist nur Münzen. So Geld geil bin ich dann auch wieder nicht. Hab schon Geld von Kilian bekommen. Das reicht mir für heute. Danke auf jeden Fall an dich. Ähm. Ja. Wir nehmen mal die goldene Mitte. Am besten... Nee, wir gehen nach oben am besten. Ja, was ist das denn jetzt? Bruder! Hallo! Oh, nee. Ey, das Level macht mir auch seelisch fertig. Ich hab gleich keinen Bock mehr, ne? Gehst du da jetzt? Leute. Wo ist heute hier die versteckte Kamera? Hallo! Verwerten hier meinen Spielgelektoren. Ja, hallo, ne? Ey. Ich muss noch gerne... Jetzt reicht's mir. Habe ich auch zwei Level ansehen? Bitte nicht. Oh, das ist aber nicht dein Ernst jetzt, ne? Oh, Todeswege. Nee. Todeswege sind uncool. Es war mir klar, dass ich da eigentlich hin muss. Andere gibt mir doch kein Panzer. Und ich mit dem da gar nicht reinkomme, so wirklich. Und da brauche ich den etwa. Weil ich komme da halt wirklich kaum rein. Jetzt ist da auch noch ein blöder Kamek. Ja, jetzt geht's auf einmal. Ja, moin. Also Todestüren sollte man... Oder Todeswege sollte man nie einbauen. Du hättest das einfach denn so machen können, dass du einfach wieder irgendwo... Ja. Irgendwo wieder rauskommst halt, ne? Ne Tür oder so machen. Ich glaube, du musst es dem Ding... Was? Ich glaube, du musst aus dem Ding raus. Ja, hab ich's auch gemacht. Ich hab ein bisschen übertrieben in meinem Level. Das haben fünf Leute gespielt und hat keiner geschafft. Ja, moin. Ja, moin. Läuft bei dir... Oh, oh! Bin tot am Start, Leute. Jetzt haben wir hier unseren Abriss. Wir reißen jetzt jede Röhre ab, die wir finden. Ich kann auf die nicht rauf. Okay. Das war mir... Skalik. Skalik. Panther ist für Starcoin. Alles klar? Okay. Oh Gott. So, jetzt sind wir auch noch Kleidchen hier unterwegs. Aber das schaffen wir schon. Wir sind da sehr gut. Ah ja. Bowser Junior, grüß dich. Ja, der ist easy, Leute. Der ist gar kein Stress. So. Ganz entspannt. Easy. Ja, wunderbar. Schau, Pius, Spawnleitung. Genau. Ich finde, die sollten auch Captain Toad einbauen als Theme. Wenn man zum Beispiel am Rand von einem Bereich ist, dass man auf eine andere Seite kommt. Oder wie ist... Ja? Captain Toad hätte auch was, ja? Man weiß ja nicht, was der nächste Nintendo-Style noch sein wird. Ist ein nettes Level. Nur ich wurde verarscht. Wurde verarscht. Die Röhre ging halt echt gar nicht klar. Das ist mal der schiefgelaufen. Ach, du Scheiße, ey. Joa, von dem Level bin ich auf jeden Fall jetzt schon mal hier seelisch am Ende. Machen wir weiter mit Yasin. Yasin, bist du da? Wenn ja, kommt jetzt dein Level dran. Letztes Mal ist es nicht mehr dran gekommen. Jetzt wärst du dran. Wenn du da bist. Dann ja, einmal kurz melden hier, ne? Du warst beschert. So, erstmal hier. Prost. VIP-Level kommt auch noch dran. Yasin ist da. Yasin. Hast du was Schönes gebaut für mich? Mario Boss You. Mittlere Schwierigkeit. L3D. L3D. Ja, 3D. Eine schöne Sache, ne? Kennt jemand heute noch 3D? Einer Mutter hat halt original einen 3D-Fernseher, ne? Wir haben noch nie einen 3D-Film geguckt. Aber wir haben 3D-Fernseher, ne? Geil, ne? Hat jemand vor euch einen 3D-Fernseher? Das ist halt wirklich so eine Totgeburt gewesen, irgendwie. Damals so, so krass und so. Ja, Mann. Kauft euch 3D-Fernseher und so für zu Hause. Hat keiner gekauft, so wirklich. Und ja, jetzt ist er tot. Ja. Bin, come back. Hab gerade mein vor wenigen Minuten hochgeladenes Level eingesendet. Ah, ja. Wurde mein Level eingeschickt, wenn du... Das solltest du am besten wissen. Das siehst du nämlich, wenn du auf den Button geklickt hast. Abschicken. Solltest du da irgendwo eine kleine Mitteilung haben. Ja. Boah, deine Einsendung wurde eingesendet oder so. Irgendwas steht da auf jeden Fall. Du kannst dich auf Starcoin-Suche gefasst machen. Ah ja, okay. Das schauen wir uns mal an, Leute, hier. Und ja, wenn ihr neu auf dem Kanal von Pews, also hier seid, auf dem Toad-Kanal, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Hier gibt es einige Mario Maker 2 Streams und Videos. Und wenn es euch bis hierhin gefallen hat, liked den Stream. Dann wird er mehr auf YouTube empfohlen. Und dann spiele ich mehr hochwertige Level wie dieses hier. Das ist aber ganz schön bisher. Beschweren kann man sich dann normalerweise eher weniger. Ach du Scheiße, ich muss die ja echt suchen, ne? Ich dachte, das ist nur so optional, wisst du? Ne. Ich brauch die ja. Na, sieh gut, ja. Ja, moin. Ja, moin. Ja, ich sollte vielleicht auch mal wieder Apollo anrufen. Ne, Brille Vielmann heißt das, ne? Brille Vielmann, ja. Nicht Apollo. Du kannst auch... Bruder, ich hab das, ähm, den Verdacht, ne? Das da oben. Was schönes ist. Ah, ja. Loin. Tonic HD. Grüß dich. Willkommen hier im Stream. Hallo. Warte mal. Können die 10er... Ne, die 10er-Coins können nicht in den Block sein, ne? Ich glaub nicht. Ne, die passen da gar nicht rein, ne? Na gut. Beim... Okay. Okay. Der Steinblock... Der hat mich trotzdem überrascht. Trotz Pfeil. Joa. Ah, da... Ach du Scheiße. Kann der mal hoch springen? Ja, uff. Uff. Können wir wieder zusammenspielen? Vielleicht später machen wir das wieder. Mal gucken. Tendo Gamer, grüß dich auch an... Ne, äh, jetzt... Sprach an der Bubble. Grüß dich. Meinst du, es lohnt sich jetzt, glaub ich, 80 Euro zu geben, weil ich dann noch online benötige und dann halt Super Mario Maker 2? Ähm. Also du hast jetzt kein Mario Maker 2, würdest es aber gerne kaufen? Oder was meinst du genau? Spotmaster oder Spoatmaster, wieso? Hi. Grüß dich. Und Octo on Fire. Moin hier im Stream. Grüß dich. Ähm. Spiel bitte mal ein Level. Alles in der Beschreibung einsenden. Das geht dann alles nach der Reihe. Also ich würde... Mario Maker 2 lohnt sich natürlich, äh. Das kam ja gerade erst raus. Also, ne? Natürlich lohnt sich das. Und ich würde dir eigentlich empfehlen, eine Familienmitgliedschaft zu kaufen, statt eine Einzelmitgliedschaft. Weil in der Familienmitgliedschaft kannst du mit anderen Nutzern, also wenn du zum Beispiel Freunde hast, die auch eine Switch haben, könnt ihr euch zusammen, ähm, eine Familienmitgliedschaft kaufen. Dann spart ihr ein bisschen Geld und, joa. Kostet halt 35 statt 20. Aber, wenn ihr es zu zwei Teilen tut, dann kommt man ja fast wieder, oder halt zu dritt Teilen, dann macht es auf jeden Fall Gewinn. Ja, moin. Also wenn man eine Familienmitgliedschaft zu dritt kauft, ne? Da macht es ja schon Gewinn. Also, kann man sich schon gönnen. Und dann kannst du halt acht Accounts reinmachen in diesen Familienaccount. Und Familiengruppe heißt das, ja? Familiengruppe. Ja, und dann läuft das. Okay, wir haben jetzt die 10er-Coins. Guck mal, ganz geil. Bei mir läuft, was ist Picross S3, Alter? Die spielen hier Spiele, ey. Noch nie von gehört. Oh, okay, gut. Kein. Oh, ey. Ey. Oh, ey. Muss ich da unten rein? Wir gehen da mal rein, aber da ist bestimmt so ein Bonusraum oder so. Bonus. Schaust du eigentlich Serien, wenn ja, welche? Aktuell, nein. Aktuell, nein. Daniel, moin, grüß dich. Bin der Einzige mit Switch. Okay, das ist natürlich blöd, aber vielleicht findest du im Internet ja ein paar Leute. Zum Beispiel auf meinem Discord-Server. Kommt gerne dazu. Dort findest du vielleicht Leute, die halt mit dir eine Familienmitgliedschaft teilen würden. Warum nicht? Wenn ihr euch natürlich ein bisschen anfreut, ne? Also nicht so ganz auf einmal so random. Ey, wer will das machen? Man sollte sich natürlich schon ein bisschen kennen, ne? Ja, Discord-Server-Link in der Beschreibung, Leute. Kommt gerne dazu. Schönes Level, Yasin. Schönes Level. Spring mal nach oben. Okay, hab ich jetzt nicht gemacht. Auf jeden Fall schönes Level. Da kann man ganz entspannt durch. Das Thumbnail ist auch ganz nett. Die 10er-Coin, da hab ich vorher gar nicht gesehen. Das Level ist von gestern, okay. Ja, nettes Level auf jeden Fall. Pius ist der richtige Skiller heute. Ja, Mann. Ich hab das Level geschafft. Ja, Mann. Ah, schade, du hast... Aber ich hab trotzdem ein paar Sequels und so gefunden. Hi, bin drin. Dein Discord-Server. Nice. Wunderbar. Link dazu in der Beschreibung, Leute. Hm, hast du von Dead... Was? Dead Switch heute gehört? Ja, klar, klar. Auf Twitter, Leute. Auf Twitter hab ich dazu schon mal eine Meinung. Ja, Meinung jetzt... Ja, ein bisschen was dazu geschrieben, Leute. Twitter-Link, Leute, ist in der Beschreibung. So, wir machen weiter mit einem VIP-Level. Falls wir eins haben hier. Wir gucken mal. Ja. Ja. Und zwar von Gamertode. Der wieder ein Level für uns hier eingesendet. Zwei hast du eingesendet. Warum auch immer zwei? Ich nehm einfach mal das 3D-World-Level. Da hab ich mehr Bock drauf. Wir gönnen uns 3D-World. So, G1Q7QVLNF. Wenn's nicht überhaupt von ihm ist. Ja, okay. Könnte doch auch ein Faker sein. Man weiß ja nie, ne? Man weiß ja nie. Ich hab nen Weltrekord-Halter mit... Ah, ja. Instant-Main, ne? Ich meine der. Äh, was? Achso, der. Ja, okay. Switch Lite ist beste. Ja, für jüngere Leute. Oder für Eltern vor allem, die halt für ihren jüngeren Kindern die Switch kaufen wollen. Auf jeden Fall eine richtig nice Sache. Und für Leute, die allgemein jetzt nicht so viel Geld haben und nur im Handheld-Modus spielen wollen. Auch eine sehr nice Sache. Magnus, moin. Willkommen hier im Stream. Willkommen, du Toad. Okay. Jetzt müssen wir mal gucken hier, was hier abgeht. Ein neues Gamer Toad-Level, das kann ja nur von Qualität sein. Erster Eindruck ist... Oh, er hat mit Münzen markiert. Gamer Toad, du machst Fortschritte. Bin sehr stolz auf dich. Bin sehr, sehr stolz auf dich. Ja, er markiert immer mit Münzen. Geistern. Ja, nett. Gibt's doch wohl einen Pilz. Oh, Disco-Blöcke mag der Gamer Toad ja ganz gerne. Der Julian. Der Julian. Der Julian. Okay, das ist ganz einfach hier. Für jemanden wie mich, der hier Disco-Blöcke erfunden hat, so ungefähr. Ist das gar kein Problem. Wow, das war trotz Münzen etwas knapp. Warum auch immer jetzt hier so ein Block ist, weiß ich jetzt zwar nicht, aber... Joa, passt, ne? Da geht's rein. Ich hab heute in Paul's Impostiv-Level den Weltrekord. Oh Gott, das Level ist nicht toll. Aber gute Sache. Oh Gott. Ein Muster hoch. Ah ja. Die Ameisen helfen mir endlich mal. Gute Sache. Oh, dass der mich nicht getroffen hat. Johnny Nox, der echte Moin. Willkommen hier im Stream. Grüß dich, damit der Pilz nicht weg geht. Oh, Gamer Toad. Du denkst ja richtig intelligent heute. Eine Katzen-Gloke. Geht da mal hoch. Ja, der Geist regt mich ein bisschen auf. Ist da oben nicht mal, wa? Oh, uff. Okay. Ich renne mal. Tschüss. Bruder, wo muss ich hin? Achso, ich kann da auch... Kann ich da hochklettern? Ah ja. Ah, achso. Achso. Ah ja. Es gibt also mehrere Styles für den Hintergrund. Okay. Ich kannte nur den... Oh Gott. Ich kannte nur den Boost-Style. Warte mal, geh mal ein bisschen woanders hin. Ich glaube, hier ist die Lage besser. So. Alles wird gut. Alles wird gut. Was ist das da? Peace-Switch. Brauche ich den denn? Nein! Ah ja. Jetzt sind die Münzen ein bisschen im Weg. Okay, passt schon. Skillik. Gar kein Problem. Wunderbar. Leverdi einfach in den Chat schreiben. Bully, Buzzer. Ähm, Leverdi es bitte in die Stream schreiben. Dort ist ein Google-Formular. Und jetzt auch im Chat von Gamertode, meinem Mod. Der haut hier den Link rein. Genau. Dort ist ein Formular. Dort könnt ihr euren Level einsenden. Okay. So. Cooper-Card. Ja, nice. Boah! 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 Bester Abgang. Ja, Mann. Ach du Scheiße, ey. Ja, moin. Das hat mich gerade ein bisschen überrascht hier alles. Die ganze Kange. Das wäre ja ein super Abgang. Daumen hoch, Leute. Mit diesem Abgang. Der war ja selbst Glick. Ja, Mann. Lull. Ja. Das hat mich alles ein bisschen überrascht. Warum er das Auto auf einmal keinen Bock mehr hatte. Oh. Uiuiuiui. Das macht keinen Scheiß hier. Okay. Wow. Wow. So. Abkürzung HD. Haha. Ja, das ist richtig nice hier. Bin wieder da. War kurz am Klo. Oder im Klo. Wieso was? Aber ich muss hier einfach gar nichts machen. Oh, es kann so leicht sein. Ich muss da gar nichts machen. Ich bin da dummerweise gesprungen. Du musst da gar nichts machen, ey. Mist, ey. Jetzt packt ihr die Skills wieder raus. Ja, Mann. Elf, die Feier. Moin. Willkommen hier im Stream. Ja, war ein letztes Level-Game. Ich bin überrascht. Julian kann auch Level bauen. Super Sache. Julian. So. Wir machen weiter mit dem Level von Bernstein TV. Wenn du da bist, einmal kurz am Stream melden. Dann ist dein Level dran. Danach wäre Ehren dran. Die Ehre, man kennt's. Wenn ja, einmal kurz im Chat mail, wenn du da bist. Kannst du mein Level spielen. Einmal im Formular einreichen. In der Beschreibung. Dann spiele ich dein Level, wenn es dran kommt. Jo. Hallo, ich bin da. Bernstein ist da. Nice. So. Dann ist jetzt dein Level dran. Es ist ein Super Mario Boss Level. Das kann man... Haben wir halt viele Mario Boss Level? Ich merke das schon. Schwer soll's sein. Wir schauen mal rein. So. 388 1 V 0 5 3 G Damit kennen sich Leute auf dem Land aus. Mit 3 G. Man kennt's. So. Zauberhafte Blöcke werden auf dich zukommen. Das klingt ja schon mal sehr leicht. Kapper. Pius, willst du mal ein sehr, 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 sehr schweres Träume Level sehen? Nein. Da ist meine Antwort. Nein. Muss man das immer pro Stream reinschreiben? Ja, weil ich nicht möchte eigentlich... Weil es ist ja nicht in jedem Stream wieder da, ne? Ich hab um ehrlich, das geht einfach deutlich schneller, wenn jedes Mal neu eingesendet wird, als wenn ich, ähm, jedes Mal alle vom letzten Stream mit aufrufe, weißt du? Dann haben wir immer so 10 Minuten gefühlt, bis dann mal wieder einer da ist von den Leuten, die ich aufrufe. Deswegen müsste das leider immer neu einsenden. Anders geht's nicht, wenn ich das nach der Reihe machen will. Ich glaub, es ist interessanter, wenn ihr das einmal neu ansenden tut, pro Stream, als, ja, wenn wir jedes Mal warten müssen, bis sich dann eine Person von denen meldet. Okay. Gib da, kommt da. Okay, ein Schuh. Sah jetzt eher aus wie ein Stern, aber auch okay. Ah, ja, moin. Wieder oben lang. Okay, okay, ganz schnell runter. Gib mir ein Schuh. Oh! Dieser Fisch, ey. Komm mal raus jetzt. Gut. Okay, wir gehen jetzt unten lang. Bäm. Ähm, Gegner, ähm, Gesperne ist, ich würd sagen, bei 5,0 von 10. Ah, ja, ich, ja. Ja, moin. Bruder, warum so viele Gegner überall? Das sind alles Faker, die waren nicht direkt Faker. Codemaster, what the fuck, ey. Was ist mit den Leuten los? Ja, aber Gamer tut immer erst gucken, was sie schreiben, ne? Also, wenn die nur Hive schreiben, dann ist das erstmal alles okay. Na gut. Dann passt das erstmal. Habt das auch gezockt? Scheiße, danke. Sag mal ein bisschen, na doch. Sag mal ein bisschen. Oh, Bruder. Das habt ihr mal mein Video nicht gesehen. Mein Lieber. Setz hinter deine Röhren bitte Blöcke. Dankeschön. Mein Lieber. Wie kann der Fisch, der eigentlich leben, was? Wie kann der Fisch, der eigentlich leben, Fische können über Wasser nicht atmen? Logik. Ich spring halt raus und direkt wieder rein, ne? Irgendwo da unten ist bestimmt Wasser. Lohn. Aber hier mal lieber, setz doch hinter deinen Röhren bitte immer Blöcke hin. Hat jemand mein Video nicht gesehen? Oh Gott. Okay. La, la, la. So, ich nehme jetzt einen Schuh. Und dann muss ich los. Ach Gott. Bruder. Aber warum so viele Gegner? Level-Design-technisch ist das hier ziemlicher Absturz. Bruder. Ich gebe das nur einen Versuch, okay? Mein Lieber. Wir hatten das hier gebaut. Wir hatten das hier gebaut. Bernstein. Kollege. Weniger ist mehr. Das ist ein guter alter deutscher Spruch. Den kann man hier ganz gut anwenden. Weniger ist mehr. Oder in dem Fall weniger ist spielbarer. So. Ich fange das einfach mal durch. Ja, ich kann es nicht nirgends so durchrennen. Bruder, what that? Ich sage nur Petra. Ja, die gute Petra, ey. Die gute Petra. Man kennt's. Ich will das Level eigentlich abschließen. Aber. Es ist. Too much. Vom Ganzen. Vor allem keine Blöcke aktivieren. Wenn du Blöcke aktivierst, dann warst du das eh wieder komplett. Gott. Immerhin kommen hier unendlich Schuhe raus. Keine Selbst... Was ist das denn? Das ist keine Selbstverständlichkeit. Wie soll man das überleben? Kannst du nur getroffen. Oh, ich habe sogar überlebt. Oder auch nicht. Nee. Bruder, was ist das? Was ist das? Nicht so viele Gegner. Nicht so viele Gegner, mein Lieber. Das macht man nicht. Finde ich. Das ist nicht so cool. Ist das das Formular von letztens? Ja, genau. Moin erstmal an Ralf. Ja, ist das der Formular. Ui, Octon Fire. Neues Mitglied, Leute. Hashtag Ehren-Tot-Neujahr-Todi hier am Start. Willkommen hier als neues Mitglied. Das müsste auch gleich eingebindet werden. Ja, genau. To-Di! Yeah! Dankeschön an dich. Ehre geht raus, Leute. Hast du auch ein Level eingesendet? So. Aber jetzt kommt noch kein VIP-Level dran, Leute. Das kommt erst nach... Weiter an zwei. Auf jeden Fall Dankeschön an Octon Fire fürs Mitglied werden. Ehre geht raus. So. Ehren, du bist jetzt dran. Jetzt nehmen wir deine Ehre wieder. Kappa. In Super Mario 3D. Ich hab dich ja eben gesehen, deswegen muss ich dich hier gar nicht aufrufen. DS DS. Ich feier diese ganzen... Da kann man immer so viele Sachen draus machen. Aus den Level IDs. DS DS. Ja, schöne Sache. So. Okay. Wunderbar. Passt. So, was eingesendet? Nein. Ja, hab bereits eines eingesendet. Es aber nicht als Mitglied markiert. Kann... Ich glaub, kannst du Nachrichten bearbeiten? Und ja, würde... Würde das... Der Übersichtlichkeit auf jeden Fall helfen. So, was hab ich da jetzt falsch gemacht? DS... S... D... Ja, ich kann überhaupt gar nichts mehr. DS DS heißt das hier. 60. Ah, 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 ah. So. So ist es richtig. Okay. Kann kein Mitglied werden oder spenden. Muss mir erst wieder Geld aufladen. Okay, alles klar. Word 1-1 Island Jams. Oder Island Jams, aber ich denke mal Island. So, hey, find all the Star Coins. 50 Coins in this Level. Ui. Aber es ist keine, doch, es ist eine Zielbedingung. Okay. Ah ja. Ah ja. 3 50er Coins. Nee, man kann die Formularantwort nicht bearbeiten. Nur neu einsetzen. Okay, ich werde deinen Namen schon finden. Ich werde das schon finden. Okay. Auf Island springen. Ja. Seht ihr schon die Insel, Leute? Okay. Oh. Ah ja. Nicht übersehen, ganz wichtig. Habe ich glatt übersehen, weil ich schon wieder woanders hingucke. Aber ich habe es noch gemerkt. Ist da oben was? Nee. Ich glaube, man sieht die ganzen Coins. Dann ist es ja ganz leucht. Ganz entspannt, Leute. Das kriegt man hin. Komm. Raus. So. Das ist ganz entspannt. Hallo, Leute. Hallo. Dominator X2. Grüß dich. Wir kommen hier auf den Stream. Okay. Oh Gott. Hame Bruder muss los. Tschüss. Das Level ist. Ja. Oh. Pius. Sag nie irgendwas zu früh. Sag nie irgendwas zu früh. Das Karma kommt sofort. Und belehrt dich etwas Besserem. War das Deutsch? Mensch. Ich hoffe es. Ja. Moin. Läuft schon wieder. Opti. Das Problem ist bei dem. Ähm. 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 Das Problem ist in diesem Style. Ja. Moin. Hallo Pilz. Bär mal schön bei mir. Das Problem ist. Ähm. Ähm. Du kannst von unten nicht auf die Notenblöcke wieder rauf. Und das habe ich gerade eben wieder gecheckt. Das war gerade mein Problem Leute. Du kommst da von unten nicht wieder rauf auf die Notenblöcke. Das ist nur in diesem Style. So in alle anderen Style kannst du ganz entspannt von unten auf die Notenblöcke rauf. Hier geht es nicht. Oh Mann. Ja moin. Alter. Ohne Coin. Ja. Die hätte ich ja glatt vergessen. Die hätte ich ja glatt vergessen. Das Level ist von Ehren, ne? Ja. Ehre geht raus. Hier ist auch noch mal eine Katzenblocke. Richtig nice. Ja. Das hast du auch schon wieder mit der. Bruder. Okay. Oh. Wir sind kurz vorm Ziel gestorben, ey. Kurz vorm Ziel gestorben. War nice. Das sind doch keine Notenblöcke. Äh. Donutblöcke. Ja. Ich bin schon wieder hier. Harter, harter Tag. Ja. Du weißt Bescheid, ne? Ich wollte natürlich Donutblöcke. Keine Notenblöcke. Man kennt's. What danger is this? This is German. Habt ihr auch ein schönes Level eingesendet? Okay. Nice. So. Aber ein normales Level spielen wir jetzt noch. Und dann ein VIP-Level. So. Nice. Banana. Bist du da? Oder Diamant HD? Einer von euch beiden. Meld euch einmal kurz im Chat. Dann seid ihr dran. So. So. Pios 2-Blocke aktivieren wäre leichter. Ja. Ja. Ist so. Was findest du besser? Super Mario Odyssey oder Super Mario Maker 2? Das kannst du nicht wirklich vergleichen. Das eine ist ein 3D-Game. Das andere ist ein Online-2D-Game. Und von besser. Das sind halt verschiedene Spiele, ne? Also aktuell macht mir Mario Maker 2 natürlich viel mehr Spaß. Ist ja klar. Was du eher vergleichen kannst, ist halt Mario Odyssey und 3D-World. Aber auch das nur so in Teilen. Am besten kannst du eigentlich Mario Galaxy 1 und 2 vergleichen. Weil das ist dasselbe Prinzip, ne? Aber halt andere Level ist ja klar, ne? Das kannst du am besten vergleichen. Aber so allgemein vergleiche ich ungern Spiele. Beides sind schöne Spiele. Und ja. Beides sind schöne Spiele. Spiel zu Speedman Level? Ja. Im Stream jetzt aber nicht so gerne. Weil die meistens ja ein bisschen länger. Also die musst du immer viel probieren und so. Das kann man einfach privat besser machen als im Stream, finde ich. So. Nice. Banana ist da. Nice. Mario Boss U Level. Okay. Schwierigkeit im Mittel. Alles klar. So. Q 9. D F. 6. R. Q. 6 R Q. 8 G. Okay. Wunderbar. Dann hast du wieder ein VIP Level dran, Leute. Mal gucken, wer denn dann drankommt. Werden wir gleich sehen, Leute. So. Seh dich erst jetzt. Ah ja. Ist meins dran? Jo. Deins ist jetzt dran. Hier heißt es ja ganz anders. Okay. Mini Games. Ah ja. Wir gucken mal rein. Ja. Okay. Deins hat. Ich mag kein. Okay. Das verstehe ich nicht so ganz. Achso. Du meinst jetzt einsenden. Okay. Sprachenlernen Bubble. Ah ja. Jetzt das stimmt. Wow. Ein Sub habe ich gerade abonnieren gedacht. Ich habe nicht mal keinen. Okay. Ich dachte mir so. Wie willst du alles abonnieren? Hast du mich abonniert? Okay. Hallo. Boom, boom. Oh Gott. Komm mal ran jetzt. Was ist los bei dem? Mero YouTube. Grüß dich. Okay. Nice. Joshi ist halt jetzt wieder weg. Aber immerhin. Oh. Das sehe ich nicht gern. Was ist das? Guckt ja alle meine Videos nicht. Ich habe ein Video gemacht, wie man ein gutes Level baut. Könnt ihr euch gerne nach dem Stream angucken. Setzt doch bitte unter die Röhren. Bitte, bitte, bitte. Ich kann es nicht nur oft wiederholt sagen. Bitte setzt doch unter die Röhren Blöcke hin. Sieht einfach so viel besser aus. Dankeschön. Oh. Bald predigt das in der Kirche. Jeden Tag. Oh. Bitte baut unter eure Röhren Blöcke. Oh. Okay, was müssen wir jetzt hier machen? Wir müssen zwei Red Coins finden, sehe ich gerade. Ja, moin. Sind die da oben? Hier ist auf jeden Fall ein Key. Lull. Ja, ich kann immer noch dasselbe sagen. Bitte baut unter eure... Ja, hier hast du es gemacht. Ich kann da theoretisch... Ach, ich muss da sogar hin. Ja, moin. Okay, der Pilz ist jetzt weg. Komm mal her. Okay, gut. Ganz entspannt. Das sind zwei? Oh. Das hätte jetzt nicht sein müssen. Es ist ja wieder ein bisschen too much, finde ich. Aber da die so schnell... Jetzt habe ich zwei Türen und einen Schlüsse. Ist das so gewollt? Nehme mal die hier. Also wenn der jetzt die Todestür ist, dann geht das gar nicht, ne? Okay. Wow, das ist ziemlich hell. Das ist ziemlich hell. Pius, der Levelkritiker. Ja, man muss ja auch mal was sagen, ne? Okay, jetzt habe ich hier zwei Röhren. Weil sowas finde ich nicht schön. Also Röhren bitte immer mit Blöcken setzen. Sonst geht das nicht. Gut. Nein. Okay. Jetzt müssen wir wieder zurück, oder was? Anscheinend. Oh, sehr gefährlich. Oh. Skillig, Leute. Willst du dir die Switch Lite holen? Nö. Lohnt sich nicht. Ich spiele meistens nur zu Hause. Weil im Bus und so... Ich bin auch mal ganz froh, wenn ich mal nichts... Was heißt? Ich bin froh, aber... So süchtig bin ich dann auch wieder nicht, dass ich den ganzen Tag spielen muss. Und gerade so Story Games, wie zum Beispiel jetzt im Oktober... Oder wahrscheinlich Oktober... Nur Igis Mansion 3, ne? Solche Spiele spiele ich eh sehr, sehr gerne am TV, am großen Bildschirm. Und da ist mir so ein Handheld-spielenden Bus. Da sind mir die Spiele einfach zu schade, würde ich fast sagen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Da sind mir die Spiele... Das Erlebnis ist mir da viel zu schade, das im Bus oder so zu machen, ne? Als Beispiel. Da kannst du höchstens machen, ja, du nimmst die Switch mit, wenn du mit jemandem anders spielen willst. Zum Beispiel draußen, jetzt im Sommer oder so. Dann kann man das durchaus mal machen. Aber dafür brauche ich keine Switch Mini. Ne, absolut nicht. Weil, da muss ich mal die Speicherdaten übertragen. Und dann habe ich auf beiden irgendwelche... Ich glaube, du kannst auch nur auf einer die Games haben, vom eShop. Ne, das ist mir viel zu unständig. Prägt mir nichts. Vor allem kannst du mit der ja auch nicht aufnehmen, ne? Ich kann sie ja nicht hier am Stream benutzen und so. Und so schön fühle ich die jetzt auch wieder nicht, ne. Sowas kommt mir nicht in die Tüte. Die ist eher so für Jüngere da und für Leute, die jetzt nicht so viel Geld haben. Ich habe das jetzt... Ich habe mir die Switch damals angespart, monatelang. War mein Weihnachtsgeld 2017, die ich im März gekauft habe. War mein Weihnachtsgeld. Ich habe zu Weihnachten 2016 fast nichts bekommen. Weil ich halt Geld haben wollte für die Switch, die halt im März kam, ne? Mit Zelda und dem Pro-Controller. Und naja. So, ähm... Wir haben jetzt hier... Wir suchen jetzt mal ein VIP-Level raus. Und zwar von... Octo on Fire. Wo haben wir die denn hier? Ah ja, hier ist es. Mario Bros. U. Und dann kommen wieder drei normale Level, Leute. K, W, Null. S. Oh Gott. S. T. Drei. M. QG. Alles klar. So. Okay. Mein Level wurde nicht kritisiert. Lull. Da hatte ich wohl nichts zu kritisieren. Sowas kann vorkommen. So was kann vorkommen. Joni, hi. Und ich, und ich... Du hast mich vergessen. Hab ich dich auch aufgerufen? Dann kommt dein Level danach dran. Ja, ach ja, stimmt, stimmt. Dann kommt dein Level danach dran. Alles gut. Ich ruf meistens immer gleich zwei auf, damit sich wenigstens einer melden tut, weißt du? Du weißt Bescheid. Kritik muss es nicht immer geben. Genau. Und da kann man einfach nur sagen, war letztes Level... Okay, das Einzige, was ich an deinem Level vielleicht kritisieren könnte... Es war ein bisschen zu... Es war für mich schon fast zu leicht, Aaron. Gut, ich hab mich mit den, ähm... Donut-Blöcken ein bisschen doof angestellt. Ja. Aber das ist das Einzige, wenn dein Level halt leicht sein soll. Ich glaub, das war 1-3, ne? Dann ist doch alles gut. Hab ich nichts zu meckern. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Gut. Haben wir erlebt, Leute. Ist da oben was? Eine Redcoin? Ja, moin. Ich hoffe, ich hab alle Redcoins. Bis dahin. Wär zumindest ganz gut. Okay, hallo, Bum-Bum. Grüß dich. Ich hab gestern Speedrun-Level probiert, wo ich ganz schnell Bum-Bum besiegen musste. Ich bin jetzt Profi, Leute. Hey, Bios, ich bin... Was? Ich bin DMC Nudel-Loll. Ah ja, hallo, Michael. Oder Michael. Ja, so. Kauf die Switch Lite nicht, weil ich bereits die normale hab. Ja, ich auch, ne? Es ist Wert 1-1. Ja, gut, kann sein. Wusstest jetzt nicht mehr. Wie kannst du unser Level spielen? Du musst dein Level in der Stream-Beschreibung einsenden. Dort ist ein Google-Formular. Weißt du Bescheid? Dort kannst du dein Level einsenden und dann... Kommt es dran, wenn du lang genug warten tust. Aber es kann nicht jedes Level drankommen, Leute. Das sollte euch klar sein. Die höchsten Chancen habt ihr, wenn ihr von Anfang an im Stream dabei seid. Und sofort, wenn das Formular online ist, einreichen tut. Dann habt ihr die größten Chancen, dass euer Level drankommt. Und das ist einfach so. Okay. Wunderbar. Kannst du Nudeln nennen? Okay, I'm back. Thank you, Google Translate. Okay. Äh, 50er Coin. Bowser Junior! Und nochmal. Ganz entspannt. Ganz entspannt. Okay, das war jetzt nicht so gut. Das war jetzt nicht so... Geil! Ich will jetzt nicht sterben, ne? Gab's schon Checkpoint? Okay, gut. Wunderbar. Leute, wir kommen voran. Wir kommen voran. Und jetzt? Ah, ja. Ja, das ist ganz entspannt. Ja, nette Sache auf jeden Fall. Kann man machen. Oder wenn ihr wippt seid, genau. Geil! Geil! Fast! Oh, das ist aber doof. Das hat man jetzt kaum gesehen vorher. Kommen wir jetzt raus? Okay, es gab einen Checkpoint. Ich finde, das hat man jetzt nicht so gut gesehen, dass der jetzt in Kreis hier kommt. Wann kommt der nächste Abonnenten-Livesteam zu MarMaker 2? Das weiß ich noch nicht. Aber es ist ja jetzt erstmal einer da. Also, ist das erstmal alles gut oder nicht? Wir wachen ja gerade einen. Joa. Wenn der nächste kommt, das sind deine Abo-Box. Am besten, Leute, aktiviert ihr die Glocke. Nehmt den Abonnier-Button. Dann verpasst ihr hoffentlich keinen Stream. Wenn bei YouTube alles funktioniert, aktiviert dort gerne die Glocke. Ist immer gut. Nicht abonnieren, sondern aktivieren. Ich sage ja gerne abonnieren. Mal einer, der es auf die einfache Art gemacht hat. Die meisten sind auf die Panzer gesprungen. Bei Bowser Jr. jetzt oder? Wo? So, hier hat man... Ja, gut, man hat die ein bisschen gesehen, aber trotzdem. Uff. Uff. Okay, die Kreissäge ist fies. Die ist fies. Die ist ein bisschen belastend. Ja, okay. Ja, Bowser Jr. Ich habe, wie gesagt, die Bosskämpfe ein bisschen trainiert. Weil ich halt ein Speedrun-Level gemacht habe. Also, ich habe ein Level gemacht, wo ich den Weltrekord holen wollte. Und dementsprechend habe ich es ganz schnell gemacht. Und dort habe ich die Bosse natürlich ein bisschen geübt. Natürlich klappt nicht immer alles wunderbar, aber ich kann die Bosse vor allem bumm bumm jetzt deutlich besser. Ich bin schon wieder klein, ey. Jetzt kriege ich mich auf, ey. Schon wieder klein in dem Saftladen hier. So, jetzt aber bitte. Jetzt aber bitte. Na! Zu früh, zu spät gesprungen. Hast du den Weltrekord auch geholt? Ja, kann ich gleich gerne zeigen. Ich habe gestern, weil ich ja kein Internet hatte, beziehungsweise immer mal wieder ein bisschen, habe ich gestern mal aus der Langeweile Speedrun-Levels probiert. Also einfach ein Level probiert, um den Weltrekord zu holen. Wieso sage ich immer Speedrun? Den Weltrekord habe ich, glaube ich, in drei Levin gestern geholt, die so über 100 Sterne hatten. Hat eine halbe Stunde jemals fast gedauert, aber hat man sich gegönnt. Wieso sind es nur 37 Leute und es sind nur 27 Likes? Ja, genau Leute, wer noch nicht geliked hat, könnt ihr gerne machen. Aber wir sind es aber 38 Likes. Aber geht noch ein bisschen mehr, Leute. Wer noch nicht geliked hat, liked gerne den Film, wenn es euch bis hierhin gefallen hat. So, okay. Wunderbar. Herzen. Ja, die Herzen. Nein! Wow. Läuft der optimal. Richtig gut. Okay, jetzt aufpassen. Wir sind endlich mal groß. Ja, ist doch gar... Ey! Oh, diese Kreissägel. Boah, regt die auf. Okay, ich lasse mich da einfach gleich treffen, ne? Ist mir egal. Aber vielleicht ein Pilz hoffentlich und dann... Läuft das? Kann ja wohl nicht wahr sein, ey. Aber die ist denn da los? Mann! Ich bin wieder da. Nice. Willkommen zurück, Darkie. So, das ist hier eine ganz einfache Stelle. Gar kein Problem. Nette Sache. So! Jetzt aber ganz entspannt. Jetzt reicht mir das hier. Oh Gott! Hilfe! Die Stelle war echt nicht leicht gerade irgendwie. Zumindest für mich. Bowser Junior war gar kein Problem. Ich fick den da mal runter. Okay, jetzt gehen wir da auch runter. War nur bis hier. Ja, okay. Das... Oh Gott! Jetzt kann ich mich nicht ducken, ey. Scheiß Panzer. Der war nur in der Falle. Ah, hier ist schon eine Blume. Gute Sache. Geist! Okay. Tschüss! Da unten musst du, glaube ich, nicht rein. Das ist einfach Monty. Alles klar. Dann kommen wir da rein, Leute. Nice. Hi Pios! Hallo Sunny Ops! Willkommen hier im Stream. Oh Gott! Nochmal so eine Kreis... Nochmal so eine Knochenbahn. Uff! Alles wird gut. Ja und jetzt? Ja und jetzt? Hä? Wo muss ich jetzt hin? Let's storm. Willkommen hier im Stream. Pudding. Best of's. Hallol! Achso. Okay. Okay, das ist jetzt leider keine gute Stelle gewesen. Da muss ich auch wieder ein bisschen Kritik raushauen. Der hätte... Der hätte ein Pfeil geholfen. Ein Pfeil hätte geholfen, weil... Man hat jetzt rechts, ne, diese... Diese Kreis... Wie heißt denn das hier? Diese Bahnen gesehen? Diese grauen Dinger, ne? Du weißt Bescheid, die Linien, ne? Die hat man gesehen. Deswegen dachte ich, ich muss da irgendwo hin. Aber nein, ich muss einfach nur runter. Da hätte ein Pfeil geholfen. Da wäre ein Pfeil nicht schlecht gewesen. Joa. Okay, 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 okay. Alles wird gut. Alles wird gut. Dann kommen wir direkt runter eigentlich. Aber da runter, Junge. Aber da runter, Junge. Da runter, habe ich gesagt. So ein nerviger Keks. Erst bei den Linien jetzt hier. Ja, immer diese... Immer diese Fake-Accounts, ne? Können wir auch den hier machen. Lull. Abkürzung, HD. Okay, da war die Kreissäge, weil ich scheiße. Mist. Mist. Habt ihr was in die Level-Kommentare eigentlich geschrieben? Level-Kommentare? Achso, du hast jetzt hier, ne? Ich habe die meistens eigentlich aus. Doch. Okay. Ja, gut. Ja. Aber nicht jeder hat die an, ne? Ich zum Beispiel nicht, weil... Wenn ich beliebtere Level-Spieler, dann sind die immer so zugespampt, ne? Kommentare. Deswegen habe ich die meistens eher aus. So. Gott, Gott, Gott. Okay, wir können da nicht rein. Wunderbar. Und jetzt... Ist alles gut. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ah, belastend, ey. Belastend. Gut. A zur Zahl gibt es, Leute. So, Abkürzung. Aber vorhin, nee, da ist die Kreissäge, Mist, ne? Da ist die Kreissäge, Mist. Darf ich abkürzen? Darf ich nicht. Muss gerade mein Zimmer aufräumen. Ja, viel Spaß wünsche ich dir. Hehe. Zimmer aufräumen macht Spaß, oder? Wow. Na, ich warte jetzt hier am besten. Pius, Arm geht den Blauen am liebsten, leider. Was? Was willst du von mir, Gamer Toad? Okay. So, ganz entspannt. Gut. Aufpassen, aufpassen. Und dann machen wir das. Ja, eigentlich ist es ganz leicht. Oh, geht er runter? Oder? Okay, gut. Wunderbar. Und dann, da. Hoch. So, und das ist ja eigentlich ganz leicht. Wenn der halt den Fighter trifft. Gut. Oh, großzügig. Kannst du da bitte hochgehen, Junge? Oh, Mann. So, geh mal rein da. Oh, verklickt. Sorry, Sunny Oz. Wollte deine Nachricht löschen. Achso, Gamer Toad hat einfach den falschen gebannt. Gamer Toad. Was machst du denn? Okay. Ah, hallo Bowser. Grüß dich. Joa. Der ist jetzt gar keine Schwierigkeit. Der hat immer eine geile Textur, muss ich sagen. Textur schick. So, entspannt. Passt. Uff, Gamer Toad. Ja, uff, ey. Joa, kann halt passieren. Ja, bist du am Handy oder am PC? Hö. Ööö. Nein. Wow. Er ist mal vorbeigesprungen. Man kennt's. Bin ja wieder ein richtiger Profi hier heute. Richtiger Profi. Wie man's kennt. Am PC. Ah, ja. So. Ja, war ein nettes Level. Hat mir gefallen. Halt, wie gesagt, die eine Stelle. Da hättest du statt einen Kommentar. Am besten einfach münzen oder halt ein Pfeil platzieren sollen. Sonst war's ein nettes Level. So. Wir machen weiter, Leute. Und zwar mit dem Level von... Ah, ja. Ich weiß noch. Diamant. Bist du noch da? Jetzt kommt meins. Genau. Genau. So. Ähm. D. 27. Hätt's schon fast wieder vergessen gehabt, aber nein. Ich habe mich noch dran erinnert, Leute. Seid ihr stolz auf mich? So. 5. P. G. Ein Super Mario World Level. Hatten wir heute noch gar nicht. Also mal wieder was Neues. Neuland. Für uns heute. Das Level ist 20% hart. Okay. Level 3. 20% hart. Okay. Interessante Beschreibung von deiner Schwierigkeit. Wie viele kommen noch vor mir? Das weiß ich jetzt nicht. Müssen sich gucken. Deinen Namen suchen. Das machen wir jetzt nicht. Wir spielen jetzt die Level. Dann kommen wir schon wieder dran. Dann kommen alle schon wieder dran. Ja. Okay. Hey. Die haben wir. Die haben. Äh. Ich kann wieder nicht reden. Das ist eine geile Abkürze auf jeden Fall. Hab heute ein Herz von CTV bekommen. Viel Spaß dir. Ah ja. Okay. Ja. Ganz entspannt. Da springen wir am besten auf den Kugel, Willi. Oder auch nicht. Mano. Hab gerade mein Level eingesendet. Nein. Skillig. Bin Profi. Bin Profi. Heftag Profi, Leute. Bin so gut, ey. Unfassbar. Genau, weil jemand seine Telefonnummer in den Chat schreiben würde. Oh Gott. Immer diese Fake-Accounts. Okay. So, ganz entspannt. Ich weiß nicht, direkt da. Ja. Ich brauch kein Kugel, Willi. Brauche ich. Wow. Okay. Hallo, Bum, Bum. Moin. Moin, moin, moin. So. Double, Bum, Bum. Man kennt's. Double, es hält hier besser anscheinend. Aber bei mir bringt auch ein Doppel-Bum-Bum nichts, weil ich Profi bin. Will auf Platz 1 in der Rangliste sein. Weltweit, oder was? Ich versuche jetzt gerade die Endless-Channage. Ach, du willst Platz 1 sein. Du bist ja richtiger gesucht, die. Feuer, Blume und ein Checkpoint. Das finde ich nice. Oh. Gegner. Ja, okay. Mit Bowser-Juniors haben wir es aber heute, ne? Die kommen wir heute an jeder Ecke. Bei jedem Level. Ich bin Profi. Kein Problem. Die können mir gar nichts mehr. Die Bowser-Juniors. Ich finde nämlich sehr gut, Leute. Mhm. Ich habe ihn gebannt. Lule. Ja, was soll, machst du da gute Arbeit heute hier? Bam. Ich mache auch gute Arbeit. Ich habe es geschafft. Juhu. Yeah. Im neuen Design sehe ich neue Infos über den Stream. Die durchschnittliche Watchtime von diesem Stream ist 10 Minuten. Ah, ja. Danke dafür, YouTube, für diese Info. 10 Minuten ist die durchschnittliche Watchtime. Und 300 Aufrufe hat der Stream schon. Ah, ja. So. Wann kommt meins? Bitte nicht in den Chat schreiben, Leute. Spiel Pius dein Level. Genau, Leute. Ich habe ein neues Level. Und zwar habe ich hier ein neues Level. Lul. Und zwar das hier. Bowser. Bowser. Wie komme ich da auf Bowser? Mario 3D World 3D Ghost House. Das ist mein neues Level. The first ghost house of Super Mario 3D World in 2D. Leute. Spielt gerne das Level. Dit ist hier mein Level. Mein neues Meisterwerk. Ich habe einfach das Super Mario 3D World Ghost House in 2D nachgebaut. Und ja. Könnt ihr gerne spielen. Die seht ihr da. Wir haben schon zwei Kommentare. Was habt ihr denn so geschrieben? Bowser. Ich weiß nicht, wie die darauf kommen, ey. Cooles Level. Pius. Bruh. Ah ja. Ah ja. Ja. Die Abschlussrate ist 55%. Das muss mir erstmal einer vormachen. Sowas sieht man ja selten. Okay. Gott, ey. Immer dieses Spamer hier, ey. Hilfe. Pius spielt irgendwann mal New Bowser World. Hack von NSMB Wii. Ja, mit der Wii ist es halt immer so ein bisschen doof, die zu modden. Zumindest die Original Wii hat nämlich nur Skat am Schluss. Und die kann ich nicht capturen. Ich müsste mir mal so einen scheiß Adapter kaufen. Hey, ich hab mich, ich hab mich, ja. Ich hab immer so einen Adapter gekauft gehabt, ne. Aber, ähm. Der Adapter hat so eine schlechte Qualität gehabt, ne. Ich hatte ja mal Mario Kart Wii Custom Tracks geplant, ne. Und leider hatte der, äh, äh, die Capture Card, äh, die Capture Card, äh, die Capture Card. Dieser Adapter von Skat zu HDMI hatte eine ziemlich grauenhafte Qualität mit der Elgato. Deswegen hab ich's wieder gelassen. Und bei der Wii U hab ich's irgendwie nicht hinbekommen, da die Wii Games so richtig zu laufen, zu bringen, leider. Gern mal so direkt banden. Wenn die so, wenn die Spam, dann banden die direkt weg. Kein Problem. Oder ich mach's einfach mal hier so. Nutzer, oder, oder gib ihm ein Timeout für 300 Sekunden, keine Ahnung, ja genau, irgendwie sowas. Spam, ja, aber wenn der, e-spam, wenn der schon sagt, e-spam, kannst du direkt weg banden, ne. Wer schon Spam in seinem Namen hat, ne. Kannste, ja, komm. Der Spam in seinem Namen hat, der meint das eh nicht ernst. So. Okay, wir machen weiter mit dem nächsten Level, aber ich hol mir mal ganz kurz was zu trinken. Vielleicht zurück. Soos, Leute. Yeah. Habt ihr mich vermisst, ich hoffe es. Kauf dir einen Wii to HDMI. Ja, sowas hab ich ja. Aber wie gesagt, die Qualität war halt durch den Adapter von Scott auf HDMI und dann mit einer Capture-Cut aufnehmen. Der war nicht geil. War nicht geil. Okay, Alex, Freund, bist du da? Oder Basil M, bist du da, wenn ihr einmal kurz melden? Oder Dishan, einer von den drei. Wenn einer von euch drei da ist, dann einmal kurz im Chat melden. So. Bist du still geworden? Ah ja, ich war ganz kurz weg. Wann kommt meins? Alles nach der Reihenfolge. Den Adapter steckst du hinten in die Wii und kannst du dann halt im iK einstecken. Ja, ja, mein ich aber. Der war halt scheiße von der Qualität her. Der war nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja. Guten Durst, danke schön. So, ähm, Alex, Freund ist da. Wunderbar. Dann spiele dein Level. Super Mario 3D-Word. N, B, F, H, Y, 3, D, J, G. Okay. So, wunderbar. Dann ist jetzt dein Level dran. 7, 3, Background Cannons. 3. Beste Beschreibung. Die schauen high an dich. Du, okay, dein Level habe ich ja auch aufgerufen, ne? Okay. Was sind die nächsten Level? Das siehst du, wenn es soweit ist. Jetzt spielen wir einfach das hier. Von Alex, Freund. So. Ähm, oh Gott. Nicht zu viel in den Chat gucken. Da kommen die Bienen raus. Das ist eine Bienenproduktion. Das hätten wir gerne in Real Life mal gerne. Die Bienen werden ja immer weniger, Leute. Ah, ah, ah. Okay, passt. Ja, erst ein Druck vom Level ist ganz schön. Beschweren kann man sich dann normalerweise eher weniger. Das ist ein schönes Level. Oh Gott. Oh Gott. Komm ran, bumm, bumm. Das hat er mir auch noch gekillt, ey. Oh, nee. Ich sag dir, meins willst du nicht spielen. Das ist ein sehr, sehr, sehr schweres Tor. Ja, wenn ich das schon höre, dann denken wir so, nee, man. Tor Level mag ich ja allgemein nicht wirklich. Die müssen schon so gebaut sein, dass man da nicht stirbt. Das ist einfach so ein bisschen... Ja, die müssen einfach schon sehr gut gemacht sein. Aber eigentlich mag ich die nicht. Eigentlich mag ich die... Oh, bitte. Eigentlich mag ich die nicht. So, ich hab doch eben gestern bumm, bumm, so gut gekillt. Jetzt machen wir nicht so. Nur dort war nicht so eine doofe Kanone. Die behindert einen... Die behindert einen ein wenig im Sprung. Okay, nice. Chaos Welt X2. Danke fürs Abonnieren. Oben sieht die Einblendung gerade. Vielleicht kommt ihr auch nochmal ganz normal. Mal gucken. Danke schön fürs Abonnieren hier, Chaos Welt X2. Willkommen bei Hashtag Team Toad. Das ist unser Community-Name, Leute. Community natürlich. Die gute Community, wer kennt's. Und ja, also einige nennen das ja immer so Toad-Army oder sonst was, ne. Das heißt Team Toad, Leute. So heißt das hier. Okay. Oh, coole Idee. Aber dauert ein bisschen zu lang. Oh, doch nicht. Geht ganz gut. Das ist eine nice Idee. Aber ich kämpfe sie mal ganz normal. Dankeschön fürs Abonnieren. Yeah. Ja, wir haben ein neues Toad-Bild, Leute. Okay, wir haben es. Nice. Wurde ich aufgerufen? Noch nicht. Habe ich dich schon aufgerufen? Dann kommt dein Level danach dran, ne. Oh, nein. Nein, 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 nein. Mama hat keinen Scheiß. Toady. Okay. Ja, ein Level ist ganz nett. Kann man sich mal gönnen. Schlangenblöcke. Ganz kurz. Die brauche ich nicht. Ich komme da so rein, Leute. Ich bin so gut. Ich habe auch ein Level eingesendet. Nice. Okay. So. Noch ein Bum-Bum. Und noch ein Pum-Pum. Pum-Pum ist auch am Start. Alle am Start hier. Pum-Pum. Pum-Pum. Die volle Ladung. Alter, Junge. Ah, ja, jetzt kommen wir an die nicht ran. Hallo. Oh, nee. Das sieht man ja gar nicht. Danke auch an... Wer war das jetzt? Hashtag Kitty. Danke fürs Abonnieren. Oh, nein. Da gab es keinen Checkpoint. Okay, das ist jetzt ein bisschen doof. Das ist jetzt ein bisschen doof. Ein bisschen doof gelaufen. Aber ich denke, wir kommen da ganz schnell wieder hin. Ah, wir können auch oben lang und abkürzen. Nice Sache. Blattsee. Willkommen hier im Stream. Grüß dich. Okay, alles wird gut, Toadie. Alles wird gut. Brücken Sie sich. Gute Sache. Oh Gott. Alles wird gut, Toadie. Ja, wunderbar. Pews, Toadu oder der Toadunity werden auch... Nein, 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 gar keine Fakes. Wir machen weder Blue X2 hier nach, noch Domtendo als Community-Namen. Team Toad ist schon sehr gut. Haben wir schon sehr lange, über ein Jahr. Und das bleibt auch so. Larry, danke fürs Abonnieren. Willkommen hier bei Hashtag Team Toad. Dankeschön, du Toadie. Und Blattsee, auch danke an dich fürs Abonnieren. Muss ein bisschen Sprachen lernen wieder. Sprachen lernen. Okay, da oben ist sie. Komm ran. Nein, von hier treffe ich sie jetzt nicht. Ich finde das mit den Röhren ganz geil, eigentlich die Idee. Gefällt mir. Jetzt ist sie da. Du kommst da auch so nicht rein, ne? Du musst sie spammen. Am besten machst du überall mal ein paar Bälle rein. Okay, jetzt ist sie in mir gespawnt. Oder, nee, ihre Felkerin, okay. Jetzt habe ich leider keine Feuerblume mehr. Leider. Am besten bleibe ich jetzt mal hier. Und dann hoffe ich mal, sie kommt hier hin. Da oben ist sie. Ja, wenn du keine Feuerblume mehr hast, dann hast du auf jeden Fall ein Problem. Das ist ein bisschen doof. Passt schon. Oder auch nicht. Und das ist jetzt, wenn sie noch eine Feuerblume, ähm, Röhre machen sollen, meine Liebe. Ne, mein Lieber. Was irgendwann im Grunde gedacht ist, das ist ein Level von einem Mädchen. Aber anscheinend nicht. Alex war das. Okay, ja, das schaffen wir ganz schnell dahin. Wir dürfen auf jeden Fall nicht unsere Feuerblume verlieren, sonst haben wir ein Problem. Was ist mit Toad-Gemeinschaft? Auf jeden Fall. Ähm, Blue Toad-Groo. Ja, huch, Yassin auch hier. Yassin ist auch am Start. Ich will auch ein Toad sein. Toad ist immer schön. Kauft euch Toad-Plücht-Tiere, Leute. Ich habe viele Toad-Plücht-Tiere. Ja. Wenn ihr sehen wollt, wie viel ich habe, ich habe eine Roomtour auf meinem Kanal. Könnt euch ja gerne nach dem Stream angucken. Sollte als Abonnent unfullen werden. Muss los. Und Luca auch an dich. Hi. Okay, jetzt schaffen wir es. Ein Versuch machen wir noch, Leute. Weil das dauert ein bisschen zu lang, dass er will. Das ist zwar ganz cool, aber warum gibt es kein Checkpoint? Warum hat er den Checkpoint weggelassen? Das hätte hier einiges erleichtert. Das ist ein bisschen schade, aber wir schaffen das jetzt. Wir dürfen uns einfach nicht treffen lassen, so doof. Vor allem habe ich Bum-Bum ja gestern geübt. Ein bisschen zumindest. Weil Bum-Bum ist ganz wichtig, ihr dürft nicht auf seine Arme springen, sondern müsst immer auf den Kopf. Sonst wird das nix. Hallo, Glurak. Auch moin an dich hier. Grüß dich. Apropos Toad. Ich habe einen großen gelben Toad bei mir zu Hause. Nice. Ich habe zwei Toads. Gute Sache als Plüschtier. Wie wäre es mit einem Toad-WhatsApp-Gruppe? Ne, 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 ne. Ne, ne. Wir haben einen Discord-Server, Leute. Das reicht. Kommt gerne auf meinen Discord-Server, Leute. Link zum Discord-Server ist in der Beschreibung. Genauso. What? Okay. Genauso wie der Link zu meinem Twitter- und Instagram-Account. Abonniert mich dort gerne. Oh, Bruder. Das wäre mir ein bisschen zu lang, Alex. Aber das ist ganz schön. Aber ein Checkpoint hätte es auf jeden Fall gebracht, mein Lieber. Ein Checkpoint wäre ganz gut gewesen. Gerade, weil du ja keine Zielbedingungen hast, wäre ein Checkpoint schon drin gewesen. Ja. Toad-WhatsApp-Gruppe, Beste Idee. Ne. WhatsApp-Gruppen mag ich nicht gerne. Also eine Klassengruppe reicht mir da völlig. Mehr nicht. Ne, Mann. Brauch nicht jeder meine Nummer. Der Nächste, der auf den Discord kommt, wird der 720. Member. Genau, Leute. Wer wird der nächste Member sein? Wer wird es sein? Wir gucken mal. Hätten wir Discord offen, Leute. Habt ihr Discord offen? Raiden ist der. Ne. Der war eben, ne. So. Wer wird der Nächste sein, Leute? Okay. So. Wer wird der Nächste mit seinem Level sein? Ist auch die Frage. Und zwar haben wir hier... Ich glaube, wir hatten es wieder drei Level, ne? Ich glaube, jetzt haben wir wieder ein VIP-Level. Kian, bist du da? Wenn ja, meld dich einmal kurz. Sonst ist der Basil M dran mit seinem Super Mario Bros Level. Einmal kurz im Chat melden, mein Lieber. Louis! Louis! Hi! Ich hab heute schon wieder einige Faker hier, ne? Von dir. Oder so welche Leute, die irgendwas über dich geschrieben haben. Schon wieder hier... Schon wieder einige Accounts hat der Gamer-Toad wieder gebannt. Ja. Ich hab drei Toads. Einen blauen, gelben und roten. Ja, ich hab noch mehr. Ich hab noch so einen Flugpilz-Toad. Und noch Toadette. Und Big Toad. Und ja. Unzählige Toads. Hast du Super Mario Galaxy 2 gespielt? Ja. Aber nie auf YouTube. Privat. Hi, sorry für meinen Namen. Ich kann es nicht... Nichtmetrisches ändern, lol. Okay. Okay. Auf jeden Fall dann, hi. Hi, ich mag Pizza. Grüß dich. Der Tod hat dein Level gespielt, lol. Pass auf, Pius. Oh mein Gott. Kian, Tag auch. Kianer ist da. Nice. Hallo Freunde, wie geht's euch? Hallo. Louis. Louis, Louis, Louis. Okay. Kians Level ist am Start. Super Mario Bros. 3. Ah ja. So, 4, S, V. L, 4, B, K, R, P. Ne, K. A, F, F, K. Ich komm gar nichts mehr hier. Sparen, Lernen, Bubble. So. Oh Gott. Ein Wasserlabyrinth. Ui, 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 ui. Ich bin da, falls du mich den rufen hast. Ne, ich hab die noch nicht gerufen. Deluxe, auf jeden Fall, hi. Was du noch da bist, grüß dich. Wieder 100 Euro spenden, Marathon. Ne, ne, ne. Aber ein 20er hat euch schon rausgelassen, der Kilian. Schon wieder Ehre. Ein 20er ist schon wieder rausgeballert heute worden. X2. Warum nicht Team Toad? Ich hab, Toadette, drei rote Toads, einen blauen und gelben. Warum hast du drei rote? Na gut, ich hab auch drei rote. Aber einer davon ist riesengroß. Oha. Oha. Labyrinth trifft es auf jeden Fall ganz gut. Hier ist viel los. Mir ist einfach gar nichts. Das ist das Level von dem Foto, was ich dir geschickt habe. Ach so, ah ja. Vor kurzem hast du es auf Discord geschickt, ne. Ja, 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 okay. Ja, ein schönes Labyrinth. Also rechts schon mal Fake. Ich geh mal nach oben. Oh Gott. Ich geh mal nach rechts erst mal. Nimm mich so ein kleines, ähm... Weiß, wo ich schon war. Boah, ob das hier weiter geht? Das dauert auf jeden Fall ganz schön lang. Oh, als ob ich immer Fake bin bisher. Pius, mach die Kommentare an. Wichtig. Die sind doch an. Ja, sind an. Ne, uff. Als ob ich bisher zweimal falsch war, ey. So ein Glück wieder am Start hier. Unfassbar. Aber immerhin, die Musik ist ganz schön. Dün, 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 dün. Die gehen wir mal nach oben. Oh, Junge. Wir gehen nochmal nach rechts. Komm. Diesmal ist nicht falsch. Kannst du mir nicht erzählen. Okay, da geht's rein. Okay, da geht's rein. Da geht's rein. Wo kann man hier die ID reinschicken? Ähm, einsenden kannst du das Level in der Beschreibung. Und dort ist ein Google-Formular. Alter, da bin ich. Ich hab mich grad gefragt, wo bin ich überhaupt? Als ob das nur ein Bonusraum ist. Oh, die Zeit ist nicht auf meiner Seite. Ist klar, ich hab noch genug, ne? Ist klar. Nein, jetzt nach links. Okay. Ja, so in der wirkliche große Fan bin ich von so Labyrinth-Leveln eigentlich nicht. Wobei die immer recht lang dauern. Und jo. Ist jetzt nicht der Oberkiller. Aber hier geht's rein. So muss es jetzt dann gehen. True Scamber Toad, hau rein. Okay, und jetzt? Ah, da ist der Key. Und wo muss ich mit dem hin? Wo muss ich mit dem denn jetzt hin? Shakepoint gibt es auch. Okay, nice. Hm. Irgendwo war ne Tür, ne? Frag dich nur wo. Zog und dann nach oben. Och Gott. Und dann nach oben. Okay. Dauert halt ein bisschen lang, das Level, ne? Und so interessant ist es jetzt nicht, muss ich ganz ehrlich sein. Boah. Am meisten wird hier die Zeit gestreckt. Muss ich ganz ehrlich sein. Finde ich jetzt nicht ganz so krass. Checkpoint. Jetzt geht's weiter, oder was? Drei. Kommentar, hallo. Wo ist denn der jetzt hinter Kommentar? Ja, hallo. Oh Gott. Drei Coins. Red Pipe. Eine Coin. Achso, drei Coins in der roten Röhre. Eine Coin in der gelben Röhre. Ne. In der grünen. Und eine Coin in der gelben Röhre. Wo waren die drei? In der Red. Okay. Okay. Ich glaub da, ne? Ah ja. Ne, da geht's gar nicht rein. Hm? Leu. Wo geh ich da hin, ey? Ach Gott. Kilian. Aber wie ist das hier? Ähm. Ja, moin. Was ist das denn hier, ey? Ach, da kann ich rein. Kilian. Irgendwie. Ich weiß nicht. Ich find das Level jetzt hier irgendwie nicht so geil. Es dauert einfach ziemlich lang. Du musst nach, auf Pfeil nach oben drücken. Ja. Ich hab eine Red Coin, ne? Ist da unten was? Da kommen wir auf jeden Fall rein. Eine Münzenaufgabe wäre der Killer hier. Ja, da muss ich aber auch richtig los. Dann muss ich richtig los. Ich hab ein Level gebaut. Hast du Lust, das leicht zu spielen? Oder bist du dann der erste... Dann bist du der erste Spieler. Das geht eigentlich nach der Reihenfolge, mein Lieber. Einfach Jensen. Das geht nach der Reihenfolge. Okay. 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 So viel Spenden, das... Ja, genau. Akian. Ich hab gleich keine Zeit mehr, seh ich. Sei mir nicht böse. Aber ich find das für einen Stream, auch für die Zuschauer, nicht sonderlich interessant, dieses Level zu spielen. Tut mir leid, aber... Ich weiß auch nicht, was ich hier wirklich kommentieren soll. Ich sitz hier so, denk mir so, jo. Oh, jetzt... Ah, noch nicht. Ich dachte, ich schon nicht war hier. Aber ich find das jetzt nicht so wirklich interessant, irgendwie. Ich mag allgemein nicht so gerne Wasser-Level. Jo. Ja, jetzt geht mal noch die Zeit aus. Ja, moin. Die ist scheiße gelaufen, ey. Toll, kannst du damit ein Lambo kaufen? Ja, Mann. Kios, wie geht's dir? Wie geht's gut? Und dir? Moin, Carly-Time. Leute, noch eine Coin. Wo ist die letzte Kill, Jan? Weißt du das? Ansonsten, das Spiel ist privat. Das sagst du zu jedem meiner Level. Kommst du rüber, als wenn... Doch, du gibst dir Mühe. Doch, klar. Die Level sind doch schön. Du baust meistens so intensive Level, weißt du? Wo du so viel sammeln musst. Die sind dann, ich find, Zwiebel nicht ganz so... Vor allem, wenn mir jetzt die Zeit ausgeht. Wo ist denn die letzte Coin? Okay, Jan, sag mir das mal. Wo ist denn die letzte Coin? Da war doch unten mit gelben und grünen Röhren. Ich war nur bei den roten bisher, ne? Oder? Unten in der gelben Röhre. Unten? Wo ist unten? Irgendwelche Level von der Up schon abgeschlossen, oder? Das 3D-World-Level einmal, was ich gespielt habe, das war halt mit den 10 One-Ups das Problem, so ein bisschen, ne? Und das ist halt ein bisschen auch zeitintensiv. Was halt, das sieht man nicht so oft. Das stimmt, das stimmt. Das stimmt. Wo ist jetzt hier unten? Oh Gott, ich hab nur noch 18 Sekunden. Da, von der Seite kommt man, glaub ich, nicht rein, ne? Ja. Alles nicht so leicht. Ja, das ist, ja, schade. Schade. Okay, Kian, du kriegst auf jeden Fall ein Toil. Weil das ist ja ein vollständiges schönes Level. Aber im Stream ist, glaub ich, für die Zuschauer gar nicht so interessant, wenn ich so zwei Stunden nach Redcoins suche, mein Lieber. Aber du brauchst natürlich schöne Level, ne? Also, ich hab an deinem Level jetzt nicht zu kritisieren. Irgendwas hab ich doch abgeschlossen, ne? Siehst du, das... Warum hab ich da kein Like gelassen? Ich hab da, guck mal, ich hab da gar kein Like gelassen. Das ändern wir mal, ne? Schnell durchlauf, Pius brauchst nur noch eine Münze, auch wenn du jetzt stirbst. Ja, das ist durchgelaufen. Ich hab' ich gar kein Like da gelassen, das muss ich mal ändern, Leute. Luca, moin. Und bitte nicht Hallo Spam. So. Wunderbar. Wunderbar. So. Das hab' ich geliked, das hab' ich geliked. Aber ich, ja, ich schieße die meisten Level gar nicht ab. Das hab' ich noch gar nicht gespielt. Können wir auch mal spielen. Und das... Wie viele Level hast du bitte gebaut? Das hat voll viele, ey. Ja, moin. Hättest du ohne den Night Theme das Level gebaut, wär' es ein bisschen... Ja, aber das hat das schon ein bisschen ausgemacht. Das war das Besondere daran, da sag' ich ja nix. Aber zeitlich ist es nicht so gut machbar. Joa. Aber okay, ja, ein schönes Level. Deine Level kann ich vom Levelbau jetzt nicht kritisieren. Da ist alles schön. Nur halt von der Länge ist es meistens so ein bisschen belastend, weißt du? Okay. So. Hör' ich hab' mal ein Live noch da gelassen, beim letzten. habe ich ganz vergessen und schon damals sobald sie bist du jetzt da gewesen ich weiß es gar nicht sonst die schon so und jetzt haben wir irgendein spamer wieder luka ist man time out so wie das hier nicht und ja sehen du wirst hier mal atmen mein lieber glaube du bist da ganz fähig oder ja sie wird mal atmen haben wir noch mal neun hier weil gerne was glaube ich los und die anderen 3 sind glaube ich auch nicht da jetzt gerade der hammer war habe ich vorhin da oder nicht aber da oder ich weiß gerade nicht so erstmal hier ein paar leute waren hier wie jetzt jetzt ist ja sie ihn freudig ja bin hier nice ok bis das erste mal überatmen ja sie ok super mario 3d word level nice f1 w w w gkg gkg wunderbar ein schweres level soll es sein mal gucken ob es abschließen bin sehr gespannt das ist das erste finale von das ziel ist weg nicht verfügbar das ziel ist weg staffelfinale ok ok guten tag bjus alex so waren ja grüß dich moin bjus macht mal wieder jeden atmen die was heißt jeden atmen jassim kenne ich schon ewigkeiten machen wir jetzt hier sagt der ex-atmen hier ja sind die die zehn euro krieg unter der hand ne weiß bescheid ne ok bombe ab mir dann ist auch nicht unbedingt ein spaß gemma ist heute bestimmt nicht immer spaß die ganze leute zu bannen das ist nicht unbedingt spaßige aktivität deswegen es ist auch schön mal nicht atmen zu sein hat auch vorteile am ende des ziels müsst ihr die blöcke von kamik entfernen lassen ok dann für die info oh gott doof gelaufen leute jetzt einfach runter ok und rennen läuft bisher ganz gut und insert name auch moinan dich hier ich bin da so bin da nice er sagt f und schreibt v ja sprache lernen babbel mein bestes level hat 100 likes und videos hat es gestern gespielt nun habe ich das ok nice dann mache ich mich jetzt mal als arbeiter fähig genau habe es gerade eingesendet weiß jetzt nicht ob du deine seite aktualisieren muss wollte dir jetzt nur bescheid sagen das wird aktuell das wird immer automatisch geupdatet das ist kein problem du kriegst pro monat seine 100 euro nice eigentlich müsste es eher andersrum sein ich müsste atmen zu bezahlen aber hier ist mal wieder null sarkastens doch ich verstehe das schon ich verstehe das schon mann immer diese unterstellungen schlimm ist hier irgendein secret ja gönnung es gibt einen pluspunkt tot muss doch eigentlich so schwitzen ich meine das level ist glühend heiße lava toddy hart dem geht es gut noch drei wo fischte die drei one-up gönnung das ist schön hier gefällt mir aber ich kann man kann ja aus der box ja ich kann aus der box aus der rohre ich muss in die box ok hallo pum pum grüß dich oh gott gönnung nein 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 alles gut wir atmen tief durch die die wir die gut ok super ich bin mehr ein level bauer als spieler wie ist es bei dir beides also ich im stream spiele ich natürlich ne aber privat baue ich auch viel es kommt darauf an wo ich gerade lust habe wenn ich am pc bin dann will ich eher spielen und im handheld modus zum meisten meistens abends baue ich auch mal gerne level scheiße doof gelaufen ach so okay mein level ist ein bisschen tricky aber wenn es verstanden hat macht es spaß alles klar okay das ist es doof gelaufen hier was steht da als kommentar hallo hallo diese kommentare mich auf das ist irgendwas relevantes hallo kommt doch wieder diese kommentare die bau richtig verarschen ich baue gerade mein neues level nice ich habe eine hohe qualität bin eher spieler ja könnt ihr gerne im chat schreiben seid ihr spieler oder bauer schreibt es gerne im chat wenn wir interessieren wieder so die balance ist bei euch oder was hat er macht bauen oder spielen ist eine interessante frage okay so wie wir siegen es mal pumpum so bg doch geht doch jetzt okay die area ist ganz schön groß passt aufpassen alles wird gut wunderbar guck mal hier die wertung an ich bin eher spieler lecker finde dort wurde getröst geröstet ach du scheiße ich habe getröst gelesen spieler beides ich baue er level ehre level ja er geht raus ich bin eher bauer beide geht auch gar nicht zum bein kauft das spiel luka oder auch speedrun er baue ich habe nämlich ein ganzes spiel gebaut nice 33,3 prozent bauer und 66,6 prozent spieler alles klar ich baue er denn im spielen bin ich eher ein noob team noch schlechter als ich ne beides bauer beides ja also ich würde fast sagen level bauen ist aktuell vorne würde ich sagen ja gut wir machen weiter jetzt kommen wir zu einem riesen bowser oh gott alles klar dann mach mich mal fertig moin und dann bekommt ihr unendlich blumen leute das ist sehr gut gibt dem spieler unendlich blumen wenn er den bowser kampf zwingend besiegen muss und das ist eine geile idee jetzt macht er nämlich die blöcke kaputt nach und nach das level macht bisher auf mich einen sehr guten eindruck beschweren kann ich mich dann normalerweise jetzt eher weniger stirb gute sache bisher gefällt mir checkpoint die röhren mit feuerblumen sind für anfänger oder für pios das kriegt aber ein screenshot finde ich geil ok das hat mich gerade hier das fand ich ganz lustig hallo kamek grüße gehen raus ok dann mach mal auf hier die blöcke oh gott aber nicht so viele bitte so viele kameks braue ich nicht einer reicht mir sagen wir mal auf hier da kommen unendlich viele raus ach du scheiße komm mal auf hier das ist das ziel leute ah die bombe hätte ich benutzen können schade da haben wir es gleich na ich trau mich noch nicht hin ich brauche jetzt einen koopa-panzer wäre geil hier ist die blume auf jeden fall sehr wichtig weil das ist ziemlicher spam gerade aber das ist ein ziel leute wuhu ich baue ein level aber es ist sehr schwer dass jemand deine level gespielt also du meinst dass die level überhaupt gespielt werden ist ja schwer ja es geht ich habe das spiel und sogar ein level für dich aha aber halt nur das eine ahja views mach mal deine yeah song an ne jetzt nicht fertig ja fertig ja hat mir gefallen yeah amusanter dies ja dies dies wer kennt ihn dies ja es ist ein amusanter dies hat mir auch gefallen sehr sehr schön so ich würde gerne mehr bauen aber mein level dauern immer ewig daher aktuell mehr spielen bauen nur wenn es eine coole idee gibt das könnte ich auch so unterschreiben ja nein das weiß doch jeder dass ein es magi koopa heißt und nicht kamek du musst auf die offiziellen schachbegriffe hören es tut mir leid jahrin es tut mir leid wir haben also vier versuche gebraucht okay und ich bin jetzt der Weltrekordträger ja man richtig nice so hat mir gefallen mein spiel will mero spielen ahja abon like ist da macht spaß hier zu gucken dankeschön einfach jansen oder jensen oder sonst was danke auf jeden fall willkommen bei halfdeck team tot mal lieber hier gibt es viele mario maker 2 streams und videos daher abonniert gerne den kanal falls ihr neu seid und sowas nicht verpassen wollt und am besten die glocke aktivieren wir kennen ja alle youtube dort gibt es ja gerne mal ein paar schwierigkeiten und da ist die glocke am die beste sache um halt neue inhalte mitzukriegen so wie bringen wir jetzt dran bist du noch da oder mert gamer einer von euch beiden wenn ihr da seid einmal kurz im chat melden dann kommt euer level dran so ähm joshifan moin und jui auch moin an dich willkommen hier im stream grüß dich willkommen moin ok alle mal liken genau wer hat auch nicht den stream geleitet wenn es euch gefällt ne liked gerne den stream und kommt auf meinen discord abonnenten server link zum discord ist in der beschreibung ok ganz entspannt und jo bedeutet das dass unter dem kostüm von den magi koopas ein koopa ist es könnte sein aber du musst dafür nicht alles in cap schreiben das kannst du auch ganz normal schreiben ne weißt du bescheid ja genau jassin jassin hat es erkannt so ähm die beiden sind anscheinend nicht da sehe ich das richtig ok dann machen wir weiter mit dem level von nintendo bist du da wenn ja einmal kurz melden super mario world oder halt daki ec 2 einer von euch beiden und keck offs moin willkommen hier im stream darauf erstmal ein bisschen Apfelsaft Leute Prost wer ist der 27. Mitglied auf Discord keine Ahnung können wir mal gucken ja was geht hier so ab mal gucken ja so viele Nachrichten ja ähm ich glaube ist es ich glaube das war daki daki ist der 27. Mitglied auf Discord und danach kam Dragonkiller nice so ähm ja ich bin immer da ok du bist da nice pjus was sagst du zur Switch Lite ähm habe ich ja heute schon ein bisschen beantwortet sie ist gut dass es die gibt ich brauch sie nicht weil ich wie gesagt am meisten am zu Hause spiel oder halt in der dockenen Station und deswegen brauche ich eine Switch Lite nicht für alle Leute die jetzt ähm nicht so viel Geld haben und einfach mal spielen wollen und oder auch nur im Handheld meistens spielen oder auch für kleinere Kinder die jetzt nicht mal einen Fernseher oder so haben im Zimmer für die ist das wunderbar geeignet und gerade für Pokémon was ja dieses Jahr rauskommt in Animal Crossing nächstes Jahr bietet sich eine günstigere Switch auf jeden Fall an und wir haben ja als normalen wir haben ja als bisherigen Käufer einer normalen Switch ja kein Nachteil wenn andere jetzt eine günstigere kaufen da haben wir keinen Nachteil deswegen ich finde sie sehr gut dass sie kommt hab kein Problem damit freu mich für die die dann in den Genuss kommen die schönen Switch Spiele zu spielen kann man sich nicht beschweren Prost das Spiel so schlimm dass du zu harten Apfelsaft greifen musst ja man du hast es doch fast ja man das Spiel ist so belastend da brauchen wir ein bisschen Apfelsaft ja man so können wir da rein brauchen 5 One-Ups ja moin ja moin ich hoffe es gefällt dir ich bin nicht gut im Bauern ja dann gucken wir mal und ich bewerte dann wieder dein Level so ein bisschen ein bisschen Kritik gibt es immer gerade dazu ist das hier ein ne das ist kein Triforce aber joa kann man machen aufpassen der Grünball geht ja wieder hoch der Galumba ach das sind die One-Ups ahja komm mal her gut sonst ist hier glaube ich nichts ne ne sieht nicht so aus weil One-Ups im unsichtbaren Block sind nicht ganz so geil aber hier waren sie ja gut gekennzeichnet also das war ja auffällig aber so random sollte man die nirgendwo platzieren ne weil man die ja zum abschließen braucht das wäre dann sonst ein bisschen uncool ok paar Ranken wunderbar und eine Röhre können wir da wieder rein na oh uff ok das war jetzt ein bisschen random aber ok ah hier ist wahrscheinlich das nächste One-Up ja nice wir kommen gut voran Leute ist hier auch was ne ok zählen eigentlich auch One-Ups die man durch Münzen bekommt ne ne oder wenn ich hier zum Beispiel 100 Münzen hätte dann kriege ich ja ein One-Up ne ich glaube das zählt nicht ne ich weiß es nicht zählt das schreibt es gerne mal in Chat Raketenkackte grüß dich willkommen hier im Stream ich glaube das zählt nicht oh Gott ok ein Cooper nette Sache kann man sich mal gönnen da unten können wir nicht stehen ne hätte ich jetzt hier ein Cooper gebraucht ne ich kann den nicht mitnehmen ne wofür sind sie diese Blöcke hm 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 ich weiß es nicht ich bin wirklich mit Pokémon enttäuscht ja ich mag es auch nicht so wirklich bei Ray Pius was muss ich jetzt als Admin hier beachten ähm wenn irgendjemand das spammt oder sonst was etwa Timeouten würde ich sagen für 300 Sekunden und auch da kommt halt wirklich so ein Account dran der gleich irgendwie Spam im Namen hat oder so weißt du oder gleich ein Fake Account den kannst du auch gleich bannen oder so aber in dann normal normalerweise erstmal also vielleicht beim ersten Mal je nachdem ob es ein vernünftiger Typ ist oder halt so ein Spam Account beim vernünftigen Typen erstmal sagen jo Bruder ne geht nicht wenn er dann noch weitermacht 300 Sekunden wenn er dann immer noch weitermacht direkt bannen also dein Bann halt aber wenn es so Spam Accounts also eindeutige Spam Accounts dann kannst du ihn direkt ausblenden muss man mal ein bisschen abwägen wie er dein eigener Eindruck ist das merkt man meistens wenn er so ein Account heißt ich bin keine Ahnung Pius irgendwas dann ja dann ist es natürlich eher so ein Fake Account als jetzt einer keine Ahnung der einfach so heißt jo Yasin zum Beispiel das wäre jetzt eine ganz andere Situation lol als ob da einfach so ein Wendeblock ist mit dem Schlüssel muss los das ist einfach ein One-Up okay muss ja ja alles hier kontrollieren ne überall kann was sein uiuiui uiuiui und hier ähm geht mal alle weg hier nee das nicht zweite Mal da könnte man zurück hin scheiße gab's nein es gab kein oh nein es gab kein Checkpoint oh nein oh nein das dauert mir jetzt zu lang um das nochmal zu machen glaube ich ne das Level auf jeden Fall aber ich dachte ich kann da vielleicht hin dann fliege ich da runter ey oh das war dumm Sprachenlern Bubble ja man Buddy erstmal moin an dich grüß dich oh man oh man hätte auch was für dich wo schickt man in der Beschreibung ja okay mach ich ich finde es ein bisschen schade dass viele Leute beim Bauen der Level nicht wirklich auf das Aussehen der Stage achten da bist du bei mir richtig mein Lieber da habe ich jetzt gestern ein Video zugebracht könnt ihr euch gerne angucken wie baut man gute Level Leute also das Level ist gut sag ich nix aber allgemein wie baut man gute Level habe ich gestern ein Video gebracht könnt ihr euch gerne nach dem Stream angucken ja das ist nicht unter der Tür sorry ja ich dachte halt irgendwie warum machst du denn da so Fragzeitenblock gehen ich dachte da ist irgendwas ich dachte da ist irgendwas dein Level mit Karmic von gerade entstand so Bewertung von Stil, Art, des Levels, Zielbedingungen etc Pius, Kritik und Tipps und Schwierig dass das Level nicht so schwer ist okay bin wieder da nice wir kommen zu euch Level war gut aber wie gesagt ich mag das irgendwie mit den ich mag die Zielbedingungen einfach nicht ich weiß nicht ich mag die nicht so gern ich weiß es nicht auch hier wäre es kein Problem gewesen die One-Ups mit durch Red Coins zu ersetzen und dann kann man Checkpoint setzen man kann eigentlich alles durch Red Coins ersetzen du kannst One-Ups ersetzen 10er Münzen ersetzen und sonst was das geht eigentlich ganz gut also ich würde einfach immer One-Ups oder sonst die Sachen durch Red Coins ersetzen dann kann man einfach ein Checkpoint platzieren und dann ist auch nicht alles optimal so Hi mir neu Hallo I like Roblox Lul willkommen hier im Stream grüß dich so meine Level haben echt gute Details will nicht angeben das klingt gut wenn Pews wieder zu schlecht spielt einfach Pews man wahrscheinlich aber ich hab echt viel Arbeit reingesteckt okay das Level ist auch nicht schlecht mein Level ist ein Timing Level okay Pews magst du mal verraten bei welcher Uhrzeit wir in der Level Liste sind kann ich mal gucken wo mein Freund mein Twor Level gespielt hat und einfach und hab ihm einfach nicht gesagt dass das ein Twor Level ist er wollte über die Grube springen und da war ein unsichtbarer Block und er ist so ausgerastet ja nice ja so welche Level kennt man in der 100 Mario in der Endlos-Mission zu Genüge ja Pews mag kurze und knackige Level so wie das Spiel ist als Schlagwort betitelt stimmt's ja kann man so machen ja oder halt Checkpoint setzen weil es halt für den Stream halt nicht so interessant wenn du halt immer und immer wieder dasselbe machst ist das als Zuschauer im Stream glaube ich nicht so interessant oder Leute ich bin ja hier der Macher ne also ihr könnt mir ja schreiben ne in spätem Level eine halbe Stunde aber das ist glaube ich nicht so geil wisst ihr deswegen bin ich ein großer Fan von Checkpoint dann kann man das ganz entspannt machen so Spike X2 bist du da ein Super Mario World Level auf sehr schwer ja geil danach machen wir wieder ein VIP Level Leute ist ja ganz klar Pews ein bisschen von dem Level Bauern haben das X2 im Namen ja ein paar haben das ja könnt auch gerne TT im Namen haben ne wie ich zum Beispiel TT ich hab's gar nicht im Namen aber ich hab's hier im Namen hier hab ich den Namen und zwar hier Leute steht ja TT im Namen TT für Team Toad könnt ihr euch gerne als Switch Namen machen TT Team Toad kann man sich gönnen geht ganz einfach hier zu ändern ne wenn ihr wollt geht ganz entspannt nein nein stopp ok ja aber schickt mir bitte jetzt keine Anfragen oder so das bringt jetzt nicht so viel weil meine Liste ist voll und ja zu Mario Maker 2 brauchen wir jetzt keine Freunde sein da man ja aktuell eh noch nichts zusammenspielen kann mit Freunden deswegen schickt man besser gar keine Anfrage erst machen wir später also wenn ich wenn ich denn mal wieder mit euch spiele wenn es dann mal das Update irgendwann gibt dann könnt ihr mir Anfragen senden aktuell bringt das aber nichts so hast du mein Level gespielt ich spiele die Level nur wenn du da bist nein ich hab dein Level nicht gespielt wie viele Level sind denn so gerade drin einige weil das dasselbe Formular ist habe ich nur die die Gesamtzahl Luca die Gesamtzahl liegt bei 400 aber wir haben ja das ist ja nicht der erste Stream heute deswegen ähm heute sind es ungefähr ja ich würde sagen 50 insgesamt oder so ich kann es jetzt nicht genau sehen ich sehe nur die Gesamtzahl von den von Beginn an von allen Streams bisher Leute gut ähm wo waren wir denn jetzt hier heute ist der Jahrzehnte achso ich bin gerade doof gewesen hab mich gerade gewundert wo die ganze Alter noch hinten ah ja ok ähm wo waren wir denn da hat die war jetzt nicht da ist das richtig ich glaube ja ne da hat die war nicht da ähm da haben wir jetzt spike ist zuwander wir auch nicht da wir haben jetzt Neo Neo bist du da der Wuhu bist du da wenn die ja einmal kurz im Chat melden ja oder YouTube was meinst du mit YouTube achso ja klar kann man auch machen die Uhrzeitliste genau ähm wir sind jetzt hier ungefähr bei 15 Uhr 12 in dem Bereich ungefähr also es dauert auf jeden Fall ein bisschen aber je nachdem wie viel jetzt da sind kommen wir eventuell ein bisschen schneller voran Pews war ein Level bitte so schnell nicht so schnell aufgeben am Anfang scheinen scheinen die Sprünge schwer aber so schwer sind sie nicht ok ich hoffe einfach meins kommt dran bin da Darkie ist da ok und Neo ist auch da ok da haben wir jetzt die nächsten Level Leute Darkie ist da ähm Darkie ist das Mario World ok Q C K K R C F G F ok wunderbar Schwierigkeit Mittel ok klingt ganz gut nicht so schwer ähm dauert ein bisschen lang jetzt ok gut official EZ 2 Clan Level ok 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 bin immer da alles dann ist dein Level danach dran hab mein Namen genert nice nick games nick games tt nice oh god Wasser Level Leute Wasser Level ähm ne da ist nix da war gerade ein schöner Hund hallo Hund wie geht's im Neufall dir nick ok erster Checkpoint achso Checkpoint System Leute wir haben jetzt 4 Räume die wir schaffen müssen und dann hi ja moin AP oder L Player danke fürs Abonnieren willkommen hier im Stream und Portugal Player auch danke für dich an dich fürs Abonnieren ok am besten machen wir das anders spinnen aber so ähm Steinblöcke die fern was ist das denn äh der erste Eindruck ist jetzt nicht ganz so einladend wie ich mir das vorstelle äh äh oh god oh god bruder hast du aber ein bisschen zu sehr auf die Clan Szene gesetzt oder soll ich mal behaupten oder auf so irgendwelche Suchtis oder so Profis in so Kaiso Leveln dies ist nicht ganz so meine Zielgruppe das bin ich selber auch nicht ne ich glaub das wird nix das wird glaube ich nix ein Wasser Level mit Lava ja man kennt's aber wenn ich die ersten zwei Räume schon sehe würde ich mir denken naja das ist nicht ganz so ne Bruder das kannst du vergessen sorry das ist eher so auf deine ähm ich weiß nicht was das für ne Clan Level Szene jetzt hier ist der Clan ist Fischgeil 65 64 ja und ich glaub da ist so ne ganz spezielle Zielgruppe für so welche Level und die bin ich jetzt nicht wollen wir mal ganz ehrlich sein wieso gibt's kein Schlagwort dafür das wär's ne ich hab extra nur für Team Top das TC am Ende hingemacht Ehre Ehrentot sooo Leute ähm das war jetzt da ja nicht so ganz mein Geschmack aber ist ja auch nicht so schlimm okay vielleicht ist das Level von Neo ja mehr passt ja vielleicht mehr zu mir mal gucken mal 2 T W 66 F 00 G alles klar okay wir schauen rein Leute mhm ja man hat mir einen selbstgemachten Burger gemacht oh Gönnung mal dir 10 Sekunden Upside Down 1 uff nach meiner Meinung nach ist es eigentlich Mittel ja ist aber schon ein bisschen anspruchsvoller auf jeden Fall oh Gott oh Gott ja mit diesen Swing Jumps und diese ja das ist jetzt schon ne höhere Zielgruppe okay okay interessant hab ich jetzt auch noch nicht gesehen oh Gott das ist aber auch das ist interessant und schwer oh Mann oh Mann oh Mann Pius welches Lip Lip Level kommt gucken wir gleich Hugo oh Gott ich drehe gleich mein Bildschirm um da wisst du Bescheid ne ich drehe ihn um ich drehe jetzt einfach meinen Kopf um ne ich spiele es einfach umgedreht oh Gott ist das Spiegel verkehrt das geht gar nicht ich bin jetzt einfach im Original grad aufgestanden und hab mich einfach von der anderen Seite zum Bildschirm geguckt von der anderen Seite zum Bildschirm geguckt und der ist die Story einfach umgedreht ach du scheiße du hast drei Sekunden als Puffer ja moin ich find das voll schwer Zielgruppe ein Noob zwei ins Anfänger drei Mittel für den Spius genau genau von mir läuft richtig ja man ja man folgen sie der Münze Münzspur Pius Jan Philipp ich werde dies tun dankeschön für ihre Tipps ist aber leichter gesagt als getan ne wenn ich dann nämlich springe dann wird das nix ja moin ich kacke hier richtig ab ich will auch ein Ehrentoad sein deswegen mache ich es auch ah ja nice Sache auf jeden Fall Pius soll ich für dich auch einen machen inwiefern machen was meinst du jetzt genau welche Zielgruppe bist du ich bin die Zielgruppe Pius Zielgruppe Pius die Stelle ist schwer ey das kann doch nicht wahr sein geht auch nicht geht auch nicht geht auch nicht na die sind das oh moin ja moin ich bin so gut das wird einfach nichts das wird nix oh god hmm wann Pius wurde die Zeit bemerkt die Zeit welche Zeit also meinst du jetzt den Timer jetzt hier im Game oder was 10 10 10 10 10 10 Sekunden das geht auch nicht das geht auch nicht Nonno ich könnte schon wieder heulen ne Iroh wie Polizei Polizei Hamburg was ist ihr Problem ich habe hier ein Level lol viel weitergekommen Leute ich finde es witzig wenn du Pius sagst ich könnte schon wieder heulen ey man 10 Sekunden upside down ach du scheiße ey muss los this is a little speedrun mhm der Rekord liegt bei 6 Sekunden ah ja ja moin ein Bürger machen ob ich für dich auch einen Bürger machen soll ach so schicke mir per Post Junge einfach per Post du weißt Bescheid ne das bin ich ah ja was ist los Pius hab ich im Fürst weil geschafft du da hast du es geschafft okay Jan was ist los ah ja ja okay ja läuft bei dir apropos läuft aber ich habe eine Frage an euch und zwar warte mal ja hier bin ich schon richtig zwar genau da so und zwar hier guckt euch das bitte mal an guckt euch das bitte mal an hier da steht du hast deine erste Silbermedaille bekommen und dafür den Rocky Gullydecke erhalten ne ist ja alles schön und gut war am 6.7 denn erst die erste Silbermedaille ne ne wofür auch immer ich weiß es gerade nicht ich denke mal für die Punkte wenn ich dann aber jetzt mal da raufgehe ich habe ihn auch bekommen den Gullydecke ne aber wenn ich jetzt auf meinen Account gehe dann sehe ich hier nichts von einer Silbermedaille nur von einer Bronze die habe ich aber schon länger gehabt die hatte ich schon länger warum kriege ich eine Mitte ich habe eine Silbermedaille aber hier ist keine muss ich das verstehen ich verstehe es nicht Eddie auch moin an dich hier willkommen im Stream ähm das ich bin immer noch da bleibe bis zum Ende nice ok ich schicke ihn per Post aber dafür brauche ich deine Adresse naja Adresse ist sehr secret wenn man kennt die Medaillen sind immer nur aktuell du musst wahrscheinlich nur in der Woche die Silbermedaille boah diese Medaille rebe ich eben ein bisschen auf this game ist so broken drückt mal auf Y dann hatte ich eben aber ne meinte ich hatte die Silbermedaille bei Weekly warum auch immer das nicht übersetzt wurde ich verstehe es nicht was ich übersetzen hier Leute jetzt mal ganz kurz Real Talk mal ganz kurz Real Talk warum wird Maker Points in der Woche also Weekly ist ja Woche oder doch ne ja ich bin nicht ich bin ja all time ist allgemein warum wird das nicht übersetzt warum ist das auf Englisch warum ist das auf Englisch potenziell erstmal nichts gegen warum wird das übersetzt warum heißt das nicht einfach Online Spiel oder Multiplayer wie im Englischen Multiplayer heißt es dort warum wird das übersetzt aber die Texte von den Medaillen die ersten zwei die nicht das soll ich mir gerne mal erklären ok das verstehe ich nicht also vernetzte Spiele klingt so scheiße das können die gerne wieder ändern das will ich nicht das können die gerne Multiplayer nennen wie im Englischen aber vernetzte Spiele boah da muss ich los so wir kommen zum nächsten VIP und zwar Hugo ich spiele mal das Level von Hugo Super Mario 3 D-World und zwar C 4 L N B M L M F wunderbar so Nintendo kann man nie verstehen ja versteht auch nicht so wirklich weil wöchentlich nicht in den Kasten passt ja gut man könnte es auch einfach Wochenende oder so keine Ahnung keine Ahnung das ist aber auch schlimm ich finde für dieses verletzte Spiele klingt einfach so scheiße vor allem wurde Make-up-Points ja einmal übersetzt ähm wo meine Mitbewohnerin fährt gerade vor den 90er Film ahja bei welcher Zeit sind wir gerade muss ich da mal gucken ich liebe Werbung ahja ich streame seit 15 Uhr hallo Tobi lol unter Wasserbäume die habe ich noch gar nicht gesehen bisher lol die sind ja Neuland für mich ich gehe vor als auf bis zum nächsten tschüss hau rein ähm und jetzt ich gehe mal da rein hau ich irgendwas nö wie heißt der Typ Hamburger Mario achso Hamburger Hamburger Mario ok ähm ja gehen wir oben lang über deiner Anzahl an Make-up-Points steht Baumeisterpunkte achso ah ahja ah ohja oh das hat aber jemand gefräßig tschüss ich muss los ich muss nochmal los tschüss ne so geldgeil bin ich nicht die Coins brauche ich nicht oh hier sind aber einige Fische ich könnte mal ein schönes CI-Klo-Fisch machen habe ich Lust drauf ein schönes Backfisch neue keine Werbung an dieser Stelle oh da ist noch das Ziel das war entspannt das war eigentlich auch ein bisschen wenig eigentlich oder unter Wasserbäume sind für uns Neuland genau das hat Philipp richtig erkannt das ist alles Neuland Hamburger zum Essen eigentlich haben wir das Level ein bisschen zu wenig deswegen kriegst du mal ausnahmsweise keinen Stern irgendwie da war halt gefühlt so eine riesenlange Passage nur mit den Fischen da wäre ein bisschen mehr gedreht mehr was wollte ich jetzt sagen da wäre mehr gegangen so sprach in den Bubble was hast du sonst so gebaut ich glaube ich habe schon mal Level von dir gespielt jetzt haben wir dann gespielt das hier das war ein bisschen cooler weiß nicht irgendwie da war so viel nur mit den Fischen ja das hast du ein bisschen schnell gemacht oder also das wird dir jetzt nicht so ob du da jetzt irgendwie stundenlange Arbeit reingesteckt hast irgendwie ich war trotzdem ein ganz nettes Level bin wieder da falls du mich aufgerufen hast nee habe ich nicht Hamburg ist Neuland genau genau was willst du eigentlich alles auf deinem Burger drauf haben also ich habe Salat Rostzwiebeln Gurken Käse normale Zwiebeln und Burgersauce passt eigentlich soweit Käse ja ganz schön viel da drauf eigentlich ja kann man machen ist aber vegetarisch an oder sehe ich das Fleisch hat da nicht drauf Pius ist Neuland ja man Tomaten Tomaten mag ich jetzt nicht so gerne Tomaten mag ich jetzt nicht so gerne weiß nicht Zwiebeln finde ich geil es gibt so einige Leute ich kenne einige Leute die mögen gar keine Zwiebeln ich mag Zwiebeln ich finde Zwiebeln richtig optimal so wir machen weiter mit dem Level von ähm Deluxe Offs ja guck mal passend wieder da ne ist ja passend wieder da mein Lieber passender geht es ja fast gar nicht perfektes Timing hast hier am Start läuft bei dir richtig hart so 3 C 9 R T F nicht RTL RTF so los ah yeah läuft bei dir ne Word 1 2 Monty Mall Cave ein Monty Castle und man sieht sofort ein Checkpoint im Thumbnail das ist schon mal ganz nice falls mein Level kommt Just Played bleibt den ganzen Swim zwar da aber kann ich schreiben alles klar LUL sehe ich aus ne so nach oben darf ich gehen und da darf ich auch lang gehen ok die sagen ich sollte erst da lang ok dann gehe ich erst da hoch ist ok ist ok hab ich RTL gehört kann vorkommen kann vorkommen ok eine Red Coin nice Design ist schon mal recht nicht schlecht ja genau ja der Lachs oft kann Level bauen das weiß ich heißt du Dario ja ne ich glaub so heißt Dario kann das sein ich glaub Alp nennt dich immer so ja moin ja moin ok ok bei den roten kommen Pia ich sag's auch noch ein Sterbe dran bei den roten Röhren kommen Pianja Pflanzen naja und ich sterbe trotzdem das ist eigentlich ganz gut gemacht es ist voll gut gemacht dass man halt ähm die Röhren anderen Farben gibt und dadurch halt ähm man kennzeichnet wo kommen Gegner raus und wo nicht das ist eigentlich ne gute Sache könnt ihr gerne immer so machen Leute einfach die Röhren gedruckt halten dann könnt ihr ja andere Farben auswählen ich heiß Dario alles klar muss weit auf alles klar 10. Version von Pius Pius schreibt da immer auf den Burger ne es gibt auch vegetarische ne muss nicht sein ich esse jetzt ich esse jetzt nicht so oft Burger ich bin eher so der Pizza Fanboy oder so chinesisches Essen so Nudeln und so Leute chinesisches chinesisches Essen ist richtig nice ok Münzen kam da runter one up here die spoilern ja alles die spoilern ja alles die spoilern ja alles die spoiler Typen ganz lustig hatte wohl jemand lange Weile und hat viele Kommentare geschrieben Lul Alter fängt man Internet Marvin Omega grüß dich willkommen hier im Stream oder du bist schon länger da ne ja du bist schon länger da ähm wieder da diesmal aber wahrscheinlich nur kurz alles klar Alpha K Moinsen grüß dich willkommen hier im Stream willkommen jo ja das ist richtig nice jetzt hab ich Hunger auf Sushi na ich mag eher so ähm so Nudeln und Ento und oder sowas weißt du oder so Nudeln mit Gemüse so Bratnudel oder sowas Nudeln gehen immer Nudeln gehen was ist denn da oben die letzte Red Coin ja ich bin einfach Profi ich bin einfach Profi 100% Tendo sagt man heutzutage dazu okay wunderbar läuft gut oh Gott nice wir hatten einen Checkpoint ne also jetzt nicht sterben oder so und das wäre ein bisschen doof oh Gott wir haben 100% gemacht gebratene Nudeln sind geil ja man dann so Gemüse dazu und sonst was dazu oi Geld Geld ist immer gut ja der Lachs-Obs was achso ich hab mich grad gewundert ok gut wunderbar Level hat mir gefallen kann man sich gönnen Bratnudeln mit Hähnchen ja auch nice jeder hat einen anderen Geschmack aber ja die chinesischen chinesischen Nudeln schmecken lecker ich kann wieder nicht reden Sprachenlern babbel das kommt davon wenn man rechts spielt und mal links auf dem Bildschirm guckt um den Chat zu lesen dann sieht man das immer nicht so ganz genau weil ich immer nach rechts gucke eigentlich immer so ich spiele immer nur nach links so gefühlt das ist nicht immer gut so toll ja man herz willkommen Leute yeah yeah mhm asiatisch generell nice ja man danke für spielen war ein nettes Level kann man sich gönnen so Pius sagt jetzt welche Burger Brötchen mit Körner oder ohne oh Körner kann man schon machen gebratene Nudeln mit Toadfleisch nein das ist nie gut das gefällt mir nicht sowas macht man nicht so Yasin ist Mod ja der Wort Mod in der Zeit wo du nicht da warst okay was haut okay so wir hätten jetzt hier im Angebot den Cremando 03 bist du da wenn ja einmal kurz im Chat melden dann bist du dran mhm einmal kurz melden dann bist du dran ja man okay hier guten Hunger danke schon was wenn es Nudeln aus deutscher Produktion sind aber von Asiaten gebraten wurde wo soll das Problem sein die sind ja aus deutscher Produktion ich glaube Nudeln kann wirklich jeder herstellen oder also ich hatte noch nie Nudeln wo ich sage wie ich gesagt habe die schmecken nicht also Nudeln schmecken ja eigentlich immer ne ja also du kannst kaufen an Nudeln im Laden oder so was du willst eigentlich Nudeln schmecken eigentlich immer also geht gar nicht anders Logo Like willkommen im Stream ähm war jetzt da den habe ich überhaupt aufgerufen ich habe es gerade vergessen ähm Gremando der ist anscheinend nicht da sehe ich das richtig ja okay Nudeln macht man immer macht man sich immer zu viel Nudeln gehen immer Nudeln gehen immer Mario Fan Mario grüß dich willkommen hier im Stream so ähm ja das ging jetzt nicht ähm Timmy 72 72 bist du da wenn ja einmal im Chat melden ist der Timmy da genau Gremando sagt bitte nicht Spam Leute ich habe meins vor drei Stunden eingesendet 16 15 du hast dein Level also um 14 29 eingesendet das geht noch gar nicht das geht noch gar nicht da habe ich noch gar nicht gestreamt Joos Leute Like den Stream genau Leute wer noch nicht geliked hat lasst gerne einen Like da schaffen wir die 5000 Kappa Kappa aber ein paar Likes gehen noch wer noch nicht geliked wenn es euch bis hierhin gefällt und könnt auch gerne den Kanal abonnieren wenn ihr neu seid so ähm das ist anscheinend auch nicht da nö gut dann haben wir hier den Bananenspalter bist du da oder GG oder Kitty irgendjemand da dann können wir das machen ich muss mich noch in mein neues Handy gewöhnen in mein neues Handy ähm an mein neues Handy heißt es Game Atom ne weiß bestimmt Game Atom Goat wir können Skitty ist da nice so dann ist jetzt dein Level dran so okay Level ist 8 GG K 3 Y L Y Y Y ich hab nochmal von meiner Mathelehrerin die sagt auch immer Y Y Y nicht viel zu erwarten ah ja Kampf Arena ah ja die Beschreibung ist immer richtig nice Pius mach mal 10 Stunden Edition von Pius ne man ja moin grüß dich willkommen Pius wann kommt mal wieder ein 6 Stunden zu ihm wäre nice damals wo ich ein Level wo ich einen gemacht hatte war voll cool ja kann man wieder machen ja in den Sommerferien bietet sich das eigentlich ganz gut an ja mal gucken wann wir das machen werden irgendein Samstag denke ich mal irgendein Samstag hallo Pum Pum grüß dich also ein 1 ok das ist bisschen doof Pius genau gerne mal Leute hashtag Pius komm mal ran jetzt hier hier hätte man eine Mauer machen müssen dass sie da nicht in den anderen Raum geht ist ja besser gewesen einfach eine Mauer machen also komplett durchziehen die Wand dass man nur diesen einen Raum sieht und dann kann sie halt nicht in den anderen Raum gehen Leute ich bin Profi ab wann hast du Sommerferien ich hab gerade Sommerferien ich hab grad Sommerferien scheiße in Hamburg hab ich jetzt seit gut einer seit fast zwei Wochen inzwischen schon Sommerferien ja anderthalb hey Sommerferien sind am Start kommt da nix raus nein ok gut skillig da hat er nicht mal was da kommt ja nix mal raus hier da ist ja nix oh Bowser oh ich mag diesen Drachen nicht direkt auf stüp hat der worstens einen Schlüssel ob der einen Schlüssel hat ich weiß es nicht sieht fast nicht so aus ich kann's mir aber nicht vorstellen eigentlich. Aber ich gehe einfach mal weiter. Pius! Genau. Der hat ja gar nicht mal einen Schlüssel. Warum soll man denn die Leute besiegen, wenn sie gar keinen Schlüssel haben? Das macht irgendwie vorne und hinten nicht so viel Sinn. Kiddy? Weiß nicht. Das macht nicht so viel Sinn. Ja. Du Glücksi! Ich muss mich noch morgen und Freitag quälen. Oh. Die letzten Schultage sind doch eh meistens belanglos und du guckst irgendwelche Filme oder sonst was. Oder nicht? Keine Blumenröhre. Brauchst du ja nicht. Ich finde es ein bisschen komisch, wenn du Bosskämpfe machst und dann keinen Schlüssel oder so. Das finde ich ein bisschen unnötig. Wenn man mal ganz ehrlich ist. Das ist zum Speedrun, das ist ganz geil. Da kannst du nämlich ganz schnell durch. Aber so vom Spielerischen her geht es nicht ganz so optimal. So. Er hat auch gesagt, nicht viel zu erwarten. Ja, das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Bei unserem letzten Tag haben wir Party gemacht. Party-Harty oder was? Welche Klasse bist du denn? Welche Klasse seid ihr allgemein? So würde mich mal interessieren. In welche Klasse geht ihr im nächsten Schuljahr? Also ich bin im nächsten Schuljahr in der zwölften Klasse. Habt ihr noch ein Jahr länger? Also zwölft und dreizehn erhalten. Und dann bin ich fertig und dann mache ich hier irgendwas Schönes. Elfte, neunte, vierte Klasse. Ja moin. Da macht man Party. So Kindergeburtstag. Hier mit Apfelsaft wie ich. Meine Klasse leider nicht. Wir haben morgen Preisverleihung und dürfen zwei Stunden in der Aula sitzen und zuschauen. Ja, viel Spaß. Dritte, dritte was? NMS. Was ist denn das? Sechste Klasse. Bin fertig. Läuft bei dir. Opfer hat nur noch ein Jahr. Lul. Spiel meins, please. Achte, zehnte, neunte. I'm back in business. Willkommen zurück. Siebte, viertes Lernjahr Ausbildung. Ah ja. Viertes Lernjahr? Dann gehst du aber nicht in Deutschland. In der Ausbildung. Du hast aber nicht eine Ausbildung in Deutschland, oder? Weil hier gibt es doch nicht nur drei, oder nicht? Ich sage es ja nicht immer hier drei Jahre Ausbildung und nicht vier. Habe ich noch nie von gehört. Werde jetzt fünfte. Ah ja. Zwölfte. Zweite Klasse wahrscheinlich. Siebte. Nice. Ich komme in die Oberstufe. Läuft bei dir. Achtzigste Klasse läuft. Ja, ich habe doch dein Level schon gespielt. Was sind du von mir? Sechste Klasse? Nice. Aber viertes Lernjahr Ausbildung? Habe ich bisher noch nie von gehört. Hm. Komische Sache. Komische Sache auf jeden Fall. Mein zweites. Nee, nee, nee. Kindergarten und Camps. Man kennt's. Man kennt's. Man kennt's. So, Leute. Mach MS. Meins. Hartz IV, genau. Hartz IV ist eine gute Alternative, Leute. Nehmt's mir nicht über, Leute. Aber ich würde jetzt eigentlich gern vor heute Schluss machen. Wisst du warum? Ich muss nämlich bald los. Und haben wir jetzt auch schon zweieinhalb Stunden gemacht. Zweieinhalb Stunden ging der Stream heute schon. Und deswegen ist eigentlich heute schon Schluss, würde ich sagen. Nicht traurig sein, Leute. Wir werden weitermachen. Oh Gott. Oh nein. Jetzt kippe ich hier meine Apfelschorle aus. Oh nö. Ja, moin. Jetzt ist auch noch hier die Apfelschorle auf mein Mikro gerutscht. Äh, gerutscht. Gelaufen. Ja, jetzt läuft's ja hier richtig hart. Wie scheiße gelaufen. Aber habt ihr das gehört? Ja, ne? Ja, super. Jetzt ist das auch noch nass. Ja, hol ich gleich mal ein Tuch. Ich muss nicht heute noch los. Ich muss noch los. Ich muss noch los, Leute. Ja, ja. Deswegen muss noch was AD liegen, Leute. Wir denken, in Österreich wird nach der vierten Wahl eins angefangen. Ja, das stimmt. In Österreich. Warum auch immer das so gemacht wird. Julian, warum auch immer. Warum auch immer das so gemacht wird. Da muss er los. Was ein Profi. Ja, jetzt ist hier wieder dein ganzes Tüchchen nass, ey. Kann schon wieder holen, ey. Hör auf, auf dein Mikro zu spritzen. Ja, Leute. Ich würde sagen, wir machen, denke ich, morgen weiter. Ich denke, wir streamen morgen nochmal eine Runde. Und dann geht's mit euren Leveln weiter, ne? Wer es euch gefallen hat beim Streamen, lasst gerne zum Abschluss einen Daumen nach oben da. Kommt gerne auf meinen Discord-Server, Leute. Dort können wir ein bisschen schreiben und Spaß haben und so. Und ja, aktiviert die Glocke. Wenn ihr neu seid, abonniert mich an den Kanal. Morgen geht's, denke ich, weiter. Machen wir weiter mit euren Leveln hier, ne? Wir haben ja schon zweieinhalb Stunden hier gestreamt, ne? Das reicht irgendwann. Wie viel Uhrzeit? Ich denke, wie viel Uhrzeit? Wissst du? Ich denke mal, wieder am Nachmittag, ja. Machen wir. Ich denke am Nachmittag, ja. Jo, 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 jo. Gut, Leute. Und Reed, Wagon oder Wagon. Schwierige Namen manchmal. Hi. Kommt ihr gerade zum Schluss, ja, Leute. Ich würde sagen, das war's für heute. Bis morgen oder so. Haut rein. Ja. Kommt morgen alle oder Pius wird euch finden. Genau. Gern mal zuhause aufpassen, Leute. Genau. So, Leute. Haut rein. Bis morgen. Tschüss, ihr Toads. Bye. Manchmal muss man los.